So, wir sind live und zeichnen auch auf. Mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Host der Davani Connection Show. Kevan Davani ist mein Name, schauen wir, ob alles live ist. So, gut, also noch einmal, warum ich das mache. Diese deutschen, nahezu 1 zu 1 synchronisierten Übersetzungen von BTC Sessions ist, weil es nun mal sehr viele deutschsprachige oder sehr viele Menschen gibt, Nutzer gibt, Bitcoin Nutzer, Bitcoin Anfänge, Bitcoin Beginner, wie auch immer, aus allen möglichen Kreisen und Ebenen, die wenig oder kein Englisch sprechen können und Hilfe auf jeden Fall benötigen, von angefangen, wo kaufe ich KYC und vor allem nicht KYC Bitcoin, wie richtig, ein Single Signatur, ein einfaches Hardware Wallet, Multisignatur, Privatsphäre, Sicherheit, etc., etc. Und darum mache ich das, damit sich die Menschen, um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, auf den deutschen Text, sozusagen akustisch, soundmäßig konzentrieren zu können und sich einfach nur auf die Instruktionen konzentrieren können. Ja, und darum mache ich das. So, wir gehen gleich ins Medias Race. Das heißt, ich werde mal hier den Schirm freischalten. So, also BTC Sessions kennt ihr ja schon. Also der ist einfach eine Legende auf seinem Gebiet. Über 10 Millionen Downloads oder Views. Ich weiß nicht, ich glaube über 350.000 Subscribers. Vielleicht schon 400.000 Subscribers auf YouTube. Ja, also folgt ihm auf jeden Fall. Er macht auf jeden Fall das für den englischsprachigen Raum. Ohne her, dann neues Projekt oder eine neue Firma gegründet mit den Kooperationspartnern, mit dem Mike BTC Mentor, wo er quasi auserkorene Mentoren quasi herausnimmt, selektiert, trainiert und die dann auf die Leute loslässt im englischsprachigen Raum. Ich glaube, jeder hat da so seine Stärken dann in diesem Team. Und ja, also wie gesagt, angefangen von Sicherheit, Privatsphäre, wo und wie richte ich Singlesignatur, Multisignatur. Ja, also alle möglichen Fragen rund um Bitcoin, dem härtesten und knappesten Geld in der ganzen Menschheitsgeschichte. Gut, also das ist BTC Sessions. Das ist die Seite auf X oder Twitter. Nunchuck, Nunchuck heißt das, ja, Nunchuck unterstrich I-O ist der, also der Name auf X oder Nunchuck einfach. Das ist die Website, nunchuck.io. Und man gibt es auch eine andere Seite, nunchuck.io, schrägstrich bis ein Teil, da kann man quasi dann die Klienten dann rüberholen für die Multisignatur. So, ich werde gleich zum Kern der Sache einfach mal vordringen, worüber auch natürlich der BTC Sessions da auch ausführlich gleich am Anfang auch das erläutert und kommentiert, warum das so einzigartig ist, warum Nunchuck so einzigartig ist, im Vergleich zu anderen sicher exzellenten Dienstleistungen. Aber das Problem ist wie immer das fucking, Entschuldigung, meine Umgangssprache. Ja, also das verdammte KYC. Also know your customer, also das Abrufen oder die Forderung nach Reißgabe von Identität, Adresse, also alles über sie. Sie müssen sich im Prinzip wiederum splitternackt ausziehen, sämtliche Daten, Identitäten und so weiter hergeben, Adresse, Rechnungsadresse und bla bla. Also ja, Wohnadresse etc. Also damit ist quasi, ob sie jetzt, egal ob sie jetzt Bitcoin kaufen oder verkaufen auf irgendeine Exchange oder Plattform oder eben wie bei diesen quasi eine Dritt- oder Viertpartei, die auch einen Schlüssel quasi behalten würde, das macht eben Nunchuck einzigartig, die haben kein KYC. So, und das ist das Einzigartige. Und das macht das Ganze natürlich absolut sicher, ohne sich und ihrer Familie dem Staat gegenüber, dem kriminellen Staat oder irgendeinen anderen Kriminellen zu exponieren. So, dann gehen wir das Ganze mal an. Wie gesagt, ich hebe jetzt keine hohen Ansprüche, dass ich das jetzt wirklich penibelst und super exakt auf Deutsch alles übersetze. Ich werde das einfach runterlesen. Es geht, noch einmal, der Sinn und Zweck meiner Tätigkeit hier, meine Mission hier, meine sozusagen pro bono ehrenamtliche Tätigkeit ist hier, dass sich die Leute hier auf die Instruktionen, auf die visuellen, vor allem visuellen Instruktionen hier konzentrieren können, dass der Ben Perrin, Benjamin Tyler Perrin, also BTC Sessions hier demonstriert, vorzeigt und so weiter, ganz super professionell mit verschiedenen Kameras und so weiter, Nahaufnahme etc. Schritt für Schritt diese Instruktionen einfach sehr zeigt. Und sie sollen sich einfach nur sozusagen auf die Instruktionen beformen und im Hintergrund hören sie einfach meine Stimme oder zwischendurch werde ich das einfach stoppen, das Video, um einfach vielleicht aktuelle Updates, weil das Video ist ja doch immerhin circa, ja, von 2023, also ja, mindestens ein Jahr alt, oder vielleicht sogar zwei Jahre, ich weiß nicht, also 2023, jener 2023 ist das Video gemacht worden, aber ich habe vielleicht auch andere Informationen oder Meinungen oder Expertise oder wie auch immer Gedanken dazu, die ich da mit Ihnen auf jeden Fall gerne teilen möchte, die vielleicht auf jeden Fall eminent wichtig sind oder wichtig wären. So, somit werde ich das Ganze mal vergrößern. So, wir gehen es ran. Es ist lautlos und so. Wenn es um Bitcoin und Erbschaftsplanung geht, gibt es viel zu beachten. Während sich einige für Multisignaturlösungen entscheiden, die einzelne Fehlequellen beseitigen. Es kann schwierig sein, sie selbst einzurichten und es kann ihre Verwandten noch schwieriger sein, später Ansprüche geltend zu machen. Sie sind nicht da, um anderen dabei zu helfen, sich für die gemeinsame Verwahrung zu entscheiden, immer noch mit mehreren Signaturen, aber wenn ein vertrauenswürdiger Dritter einen in ihre Schlüssel behält, falls etwas schief geht, ist das natürlich insofern attraktiv, als ihre Verwandten auf dem Weg etwas Hilfe haben werden, aber bei allem für diese Lösungen war auf dem neuesten Stand also ein umfangreicher KYC-Vorgang, das ist das Gefährliche daran eben, erforderlich so, dass sie alle ihre persönlichen Daten preisgeben mussten, richtig, um diese Dinge einzurichten. Einige Leute fühlen sich damit unwohl, also das ist eigentlich ein Understatement, also er meint das wahrscheinlich jetzt, also man müsste das eigentlich wirklich noch betonen, während das ist wirklich gefährlich, ja, also egal auf welcher Plattform, während dies beim neuesten Angebot von Nunchuck Wallet, das sie jetzt haben, nicht mehr der Fall ist. Unterstütztes Multi-Sig Setup, bei dem sie keinerlei Privat- und persönliche Informationen angeben müssen, heute werden wir uns damit befassen, wie sie ihr eigenes kollaboratives Sorgerecht oder unterstütztes, Entschuldigung, nicht Sorgerecht, sondern Erbschaftsrecht, Nachlassrecht, also wie sie das quasi vererben, ja, das ist ein bisschen sehr wortwörtlich oder falsch übersetzt, ja, oder unterstütztes Multi-Sig und Nunchuck einrichten können. So, und das ist BTC Sessions und so weiter, so, dann kommt noch ein bisschen Werbung, da können Sie sich selber da selber ein Bild davon machen, aber das brauchen wir jetzt nicht, wir werden einfach da ein bisschen vorspulen, ich meine, es ist sicher alles Wert, also werterschaffende Promotions und Sponsoring, also diese wirklich Produkte und Dienstleistungen, die Sie wirklich gebrauchen können. Ich habe da auch einige Referral-Links, sei es jetzt, was sind die für Coldcard, CoinKite und so weiter, aber wie gesagt, da können Sie sich selber auf der Website von BTC Sessions da schlau machen, so, was sind die Prärequisiten, was sind die Bedingungen, die Voraussetzungen? So, also fangen wir an, die Voraussetzungen, was müssen Sie wissen, um in dieses Video einzutauchen? Nun, heute werde ich drei verschiedene Geräte, also er meint Hardware, Wallet-Geräte eben verwenden, hauptsächlich nur, um einige der Optionen vorzustellen, also ich gehe mal davon aus, es sind drei verschiedene oder vielleicht, es können aber auch zwei Coldcards sein, also die sicherste, paranoidste Coldcard, also Hardware-Wallet, die beste, ist natürlich einfach, das muss man objektiv sagen, einfach von der Komponenten, von den Hardware-Komponenten, Redundanz und so weiter, Sicherheit, Privatsphäre, Paranoid sein und so weiter, ist wirklich Coldcard von CoinKite, egal ob das das MK4 oder die Q, das neue, das Sie auch transferieren können, also Baby, leichte Schritte, wie auch immer, ja, also er redet hier von drei Hardware-Wallets. So, hauptsächlich nur, um einige Optionen vorzustellen, die Sie mit Nunchuck in diesem unterstützten Multi-Six-Setup verwenden. Einer davon wird der Tab-Signer von CoinKite sein, aha, und der Tab-Signer ist, aha, doch eines davon ist ein Tab-Signer, also eine Karte, ist in dieser Situation ein Muss, da es sich, aha, um Ihren dedizierten Vererbungsschlüssel, da es sich um diesen dedizierten, also um den entscheidenden Vererbungsschlüssel handelt. So, wir werden später darauf eingehen, was das bedeutet, aber ich habe ein vollständiges Video zur Verwendung, darauf tippen Sie auf den Signer und richten Sie ihn ein, falls Sie dies noch nicht getan haben. Wenn Sie also herausfinden möchten, wie Sie Ihren Tab-Signer einrichten, schauen Sie sich einfach das Video noch einmal an und richten Sie sich das zuerst einmal ein. Zweitens werde ich auch die Coldcard verwenden, die MK4, also das ist quasi das Standardmodell, ist das letzte, aber die die Kuh, die habe ich selbst persönlich noch nicht und muss es auch nicht haben, aber es scheint einige Vorteile, auf jeden Fall, das habe ich schon in einigen vorherigen Übersetzungen auch schon gemacht und BTC Sessions kommentiert, dass das sicher Vorteile hat mit den Batterien, die man reinlegen kann, es ist einfach die Tastatur vom Haptischen, es ist einfach besser scheinbar, ja, also, ja, also der hat ein eigenes Tutorial auch dazu gemacht, BTC Sessions, ja, gut, ich habe ein vollständiges Video-Tutorial dazu gemacht, das ist die Verwendung der Coldcard MK4 in der Multisec nicht mehr vorderlich, Sie können alle Tabs eine verwenden, wenn Sie das wünschen oder andere Geräte, die unterstützt werden, wenn Sie möchten, um die Coldcard zu sehen, schauen Sie sich auch das Video in den Show-Notizen an und schließlich werde ich den Blockstream Jade verwenden, ja, also vom Blockstream, ja, bei dem es sich um, ja, um, also um das Scannen mit QR-Codes handelt und zwar meint er Airgapped, also Airgapped, also es ist auch so wie bei Coldcard eben nicht mit dem Internet verbunden, ja, also Airgapped heißt absolut nicht mit dem Internet verbunden, ja, das heißt, es ist viel, viel, also absolut sicher oder viel, viel sicherer, gut. All diese Dinge werde ich unten auf mein neuestes Jade-Video verlinken, unten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist dieses Video noch nicht auf dem neuesten Stand, was die Verwendung der, sozusagen, Airgapped-Funktion angeht, also er meint den nicht, also der nicht verkabelten, ja, ich schätze, Sie werden in diesem Video trotzdem lernen, wie man es macht, so, aber wenn Sie nicht wissen, wie man es macht, um einen QR-Code-basierten Schlüssel zu generieren, können Sie sich auch mein Seed-Syne-Video ansehen, das auch in Nunchuck unterstützt wird. Es zeigt, wie Sie mit diesem Gerät, mit diesem, ja, mit diesem Gerät einen QR-basierten Schlüssel erstellen und, also herübertragen, ja, transferieren, sodass Ihnen alle Ressourcen zur Verfügung stehen. Ich kann mir das ansehen, ich habe auch ein vollständiges, also können Sie sich ansehen, ein vollständiges Video zur Verwendung von Nunchuck, nicht im Zusammenhang mit der Erbschaftslandung, sodass Nunchuck allein als normales Hot-Wallet oder Wallet verwendet werden kann, dass sozusagen die kalte Schlüssel, ja, also, oder Ihren Coldcard und Ihren eigenen Verwalt, und Ihren Multisec verwaltet. So, wenn Sie also neugierig sind, wird mein anderes Nunchuck-Video dort zu sehen sein, aber dieses Video wird sich ausschließlich auf den Planungsaspekt von, also Erbschaft, Nachlassregelung und das Produkt konzentrieren, das Nunchuck hier anbietet, also schauen Sie sich alle diese anderen Videos an, diese Ressourcen werden unten aufgelistet in Show-Notizen, wenn Sie mit dem, worüber ich in Bezug auf Multisec gesprochen habe, mich vertraut sind. So, ich habe Erklärungen dazu gemacht, vielleicht füge ich dort einen Link zu all meinen Multisignatur-Inhalten hinzu, wenn Sie möchten, wenn Sie sehen möchten und vergleichen und einfach nur vergleichen, wie Nunchuck in diesem Zusammenhang funktioniert, aber werfen wir dazu einen Blick darauf, was Nunchuck speziell bei Ihrer Erbschaftsplanung getan hat oder tun kann. So, das Ganze nennt sich dann Assisted Multisig Overview, also ein Assisted, es ist ein integriertes, also unterstütztes Multisignatur-Funktionalität quasi, also das ist der Überblick jetzt. So, das ist also der Abschnitt, wie es funktioniert auf der Nunchuck Webseite, in dem erklärt wird, wie Ihre Erbschaftsplanung, wie Ihre Erbschaftsplanung hilft, Multisig, wie das Multisig Multisignatur funktioniert und das, was Sie halt hier anspricht und ich möchte hier ein paar Dinge hervorheben, also werden wir die Honey Badger-Option verwenden, die die robustere Option ist und es ist eine 2 von 4, also man kann ja alles mögliche machen, 2 von 3, 3 von 5, aber hier ist es, hier geht es offensichtlich um 2 von 4, weil es hier eine Honey Badger-Option hier ist, also 2 von 4 Multisignatur, also nur in diesem kleinen Diagramm hier sehen wir, wie es effektiv eingerichtet ist, es gibt drei Tasten, die Sie selbst verwalten, in dem Beispiel, das ich in diesem Video mache, wird es ein Tab-Zeichen sein oder eine Coldcard und ein Blockstream-Jade, dann gibt es einen Plattform-Schlüssel und dies ist ein Schlüssel, der speziell von Nunchuck Wallet auf ihren Servern verwaltet wird. Die Art und Weise, wie es funktioniert, ist eine ihrer Schlüssel, der Tab-Unterzeichner wird der dedizierte, also der, ja, selektierte Vererbungsschlüssel sein und dieser ist es, so, und nicht für den täglichen Gebrauch jetzt geeignet, wenn Sie sich mein Tab-Seine-Video angesehen haben, bevor Sie mit der Wiederherstellung also jetzt sich vertraut machen, wie Sie einen Tab-Seine wiederherstellen. Es handelt sich um eine Kombination aus einer Datei, die Sie erstellen, herunterladen und speichern können und einem Passwort oder einem Entschlüsselungsschlüssel, der sich auf der Rückseite der Karte befindet und wenn Sie die Datei und den Entschlüsselungsschlüssel haben, können Sie diese zusammenfügen, um Ihren privaten Schlüssel und alle darin enthaltenen Gelder wiederherzustellen, also sprich Bitcoin. So, Nunchuck nutzt nutzt dies auf eine Weise, bei der Sie sagen, also wenn Sie kompromittiert sind, den Schlüssel nicht ermöglichen und also es Ihnen nicht ermöglichen, den Schlüssel auf Ihrem Server zu sichern, indem Sie die Datei, aber nicht den Entschlüsselungsschlüssel auf der Rückseite des Einkaufswagens, also Entschuldigung, das, was meint er damit, vielleicht mit der Tab-Signer-Card nehmen und so wird dieser Vererbungsschlüssel effektiv auf Ihren Server gehostet und zwar auf eine Art und Weise, Sie können also nicht auf den Schlüssel zugreifen und Ihre Gelder und diese Geheimnisse verschieben oder die Datei und der Entschlüsselungsschlüssel für den Zugriff auf diesen bestimmten Schlüssel in der Mehrfachsignatur, also Multisignatur werden Ihren Begünstigten zu einem späteren Zeitpunkt ausgehändigt und wir werden sehen, wie das hier alles aussieht. Er erklärt das dann eh, also alles genau visuell und so weiter. Das ist jetzt nur ein Überblick, das ist jetzt teilweise vielleicht auch, ja, da müsste ich dann noch einmal hineinhören, was er das genau meint jetzt, weil das ist jetzt alles auf AI generiert. Wie gesagt, es geht nur wirklich dann später um die Instruktionen, die Sie dann visuell dann befolgen. So wie das Ganze, üben Sie jetzt noch einmal die anderen beiden Schlüssel, Sie sind jetzt Teil der Mehrfachsignatur und Sie verwenden dies, um Transaktionen selbst zu signieren. Das wird es geben und wir werden es in der Praxis sehen, aber es wird einen Schwellenwert geben, den Sie gerne ausgeben können oder selber festlegen können oder den Sie Tag für Tag benötigen und da benötigen Sie nur einen Ihrer Schlüssel und den Plattform Schlüssel, den Nunchuck tatsächlich besitzt und verwenden kann. Sie müssen einen Ihrer eigenen Schlüssel verwenden, um eine Transaktion zusammen mit dem Plattform Schlüssel zu signieren, den Nunchuck besitzt. Sie wissen Sie eine der beiden Signaturen. Wenn Sie also einen Schwellenwert auf 1000 Dollar zum Beispiel festlegen und sagen ich kann nur 1000 Dollar pro Tag oder pro Monat ausgeben oder was auch immer der Zeitschwellenwert ist, wenn Sie an diesem Tag weniger als 1000 Dollar ausgeben, dann tun Sie das, Sie können einfach mit einem Schlüssel wie der Call Card signieren und Nunchuck signiert dann automatisch mit Ihrem Server Schlüssel. Das reicht also um die Transaktion senden zu können. Sie können keine Transaktion selbst senden, da Sie nur einen Schlüssel haben, auf den Sie tatsächlich Zugriff haben, um zu sagen, wenn Sie Ihre Obergrenze über Ihren täglichen oder monatlichen Schwellenwert hinaus senden oder was auch immer Sie festlegen, sind zwei Ihre Schlüssel erforderlich und das wären in diesem Fall die Call Card und die Jade zum Beispiel. Das ist nicht im Alltag zum regelmäßigen Signieren von Transaktionen verwendet werden sollte. Bewahren Sie ihn also an einem sicheren Ort auf, damit niemand ihn anfasst. Okay, das ist so etwas wie die allgemeine Konfiguration. Hier haben Sie die drei Schlüssel. Nunchuck hat einen und ein verschlüsseltes Backup eines anderen in Ordnung und Sie können jederzeit mit nur einem Ihrer Schlüssel und einem Plattform Schlüssel den Nunchuck hält unterhalb Ihres Schwellenwerts ausgeben oder zur Not mit zwei Ihrer Schlüssel oberhalb Ihres Schwellenwerts verwenden Sie den Tab seiner als ein Ihrer Schlüssel. Es wird einfach nicht empfohlen ihn regelmäßig zu verwenden. Hoffentlich ist das klar, aber wir werden uns damit befassen. Hier noch ein paar Dinge. Die Sache mit der Vererbung steht im Zentrum mit dem was Sie anbieten. Die Art und aber auch für mich ist es eine Wiedererstellungsmethode für den Durchschnittsmenschen, der es vielleicht nicht versteht und wir werden es wieder sehen, aber ich denke wirklich, dass das, was Sie hier tun, sehr einzigartig ist. Ich habe es noch nie zuvor gesehen und ich habe das Gefühl, dass der Durchschnittsmensch das herausfinden könnte und Sie werden sowieso durch jeden Schritt des Weges geführt. Also ja, es ist sehr einzigartig und ich bin froh, dass Sie die Vererbung übernommen haben und Sie in den Vordergrund und Mittelpunkt gestellt haben, um einige der Funktionen hier wieder zu ermöglichen. Das Onboarding ist relativ einfach. Ich muss sagen, Sie haben Cloud Backups Ihres Vererbung Schlüssels, das haben Sie auch. Es gibt viele Ebenen, weil Sie den Aspekt Erbschaftsplan mit mehreren Signaturen nutzen und es gibt in App-Chat Unterstützung natürlich auch. Wenn Sie also nicht wissen, was los ist oder wie es weitergeht oder wenn Sie es versuchen, sind Sie nicht verwirrt. Sie können einfach eine Nachricht senden und Sie werden sich bei Ihnen melden. Sie haben Funktionen wie eine Notfallsperre auch. Sie haben die Ausgaben die Ausgaben die Polizie erwähnt damit Sie hier ein Ausgaben Limit pro Tag festlegen können oder was auch immer Sie entscheiden geplante Zahlungen und das Wichtigste hier ist worauf ich mich hier wirklich konzentrieren möchte und der sie von anderen unterscheidet nämlich der Datenschutz Privatsphäre denn wie ich schon sagte gibt es andere Optionen auf dem Markt ja man hat ein bisschen die Gewissheit jemanden zu haben der das tut kann den Familienmitglieden helfen wenn etwas passiert und das kann sehr schnell sehr abrupt plötzlich irgendwas passieren daran müssen Sie immer vor allem wenn Sie Kinder haben Ihre Kinder sind das ja also aber Sie geben auch alle Ihre privaten Daten preis und kennen Ihre Identität aber bei Nunchuck ist das nicht der Fall Sie können sich nur mit einer E-Mail Adresse und einem Passwort sowie der E-Mail Adresse anmelden die Frage muss nicht einmal eine sein die Sie identifiziert Sie können eine private E-Mail Adresse haben von der niemand weiß dass sie sie haben und die speziell für diesen Zweck bestimmt ist außerdem werden sie die Möglichkeit implementieren sich mit einem privaten Schlüssel anzumelden und als Teil davon also ich denke das ist unglaublich wertvoll für diejenigen unter Ihnen die befürchten dass es da draußen einen Honeypot mit Informationen geben könnte in dem jemand herausfinden könnte wie viel Bitcoin sie haben wenn ihnen die Idee nicht gefällt ja also das könnte etwas für sie sein ohne ohne die zusätzliche Hilfe für ihre Familienangehörigen verzichten zu müssen falls etwas passieren sollte also das ist etwas mehr oder weniger die Zusammenfassung dessen was sie hier tun denke ich alles wir müssen hier einfach anfangen einzutauchen zu sehen wie das in der Praxis funktioniert also lasst uns das machen also Multisignatur Multisignieren Setup mit initialisierten Geräten so also hier ist es alles schön ordentlich da wieder BTC Sessions alles aufgetischt hier wie immer alles ordentlich präzise alles sauber so was ich hier vor mir habe ist mein Mobiltelefon mit einem geladenen Lunchuck also er hat eine MK4 Coldcard hier also ich habe einen Tab Signer ich habe einen Blockstream Jade Hardware Wallet mit einem privaten Schlüssel auf einem QR-Code werden wir dies mit im QR-Modus verwenden eine der neueren Funktionen des Jade die sie implementiert haben und der QR-Code ist lustig genug tatsächlich habe ich ihn tatsächlich aus dem Sitz erstellt wie er gezeigt hat es geht an den Unterzeichner der tolle Arbeit geleistet hat und dann dann wir endlich meine Coldcard hier MK4 die wir im NFC Modus verwenden werden also wieder drei Geräte ich schätze vier einschließlich des Telefons aber tippen sie auf den Zeichner also Jade und Coldcard MK4 also das ist das Setup aber auch er hat einen Kaltstrom das heißt es ist nicht direkt über irgendwie über den Computer sondern einfach nur über die Batterie eben also wenn man das ganz sicher und paranoid machen möchte schließt man das einfach über eine 9 Volt Batterie hier an so das versorgt das ganz mit Strom wir haben ein weiteres Kabel das wir einen Jade hier anschließen werden also ist das so so ziemlich was ich so wenn wenn sie sich also für das Honeybadger Konto hier anmelden tun sie dies entweder über E-Mail Adresse mit einem Passwort und so weiter so und dann wird die Website mit ihrem Login verknüpft und sie sehen diesen Assistenten oder es wird verknüpft wenn sie über ihren dedizierten selektierten Primär Schlüssel implementiert wird der in den meisten Fällen so etwas wie ein wie ein Tab Seine ist oder was auch immer sein würde wenn sie sich jedoch anmelden sehen sie oben diesen Start Assistenten ich schauen sie bitte übrigens ganz paranoid sein schauen sie über ihre Schulter schaut keine Kameras sprechen sie nicht vor allem wenn es Seed Phrases Passwörter sprechen sie nicht laut aus also seien sie mehr paranoid als sonst sein müssten könnten und so weiter gut machen sie sich bequem legen sie los sie benötigen aktive Internetverbindung natürlich klicken wir auf weiter ok und dann folgen hier vier Schritte fügen sie unsere Schlüssel und Sicherheitsfragen erstellen sie eine Brieftasche und richten sie dann einen Vererbungsplan ein beginnen wir also mit dem hinzufügen unserer Schlüssel wir klicken unten auf Start daher ist es hier erforderlich dass der Vererbungsschlüssel ein Tab Seine ist in Ordnung also diese Dinge falls noch nicht gesehen haben wie man sie hier verwendet ich habe vollständige Tutorials dazu wie ich das schon oft sehr einfach sehr schwinglich vor allem sehr günstig und das wird unser Vererbungsschlüssel sein und dann ist es was wir tun werden das hinzufügen ist jetzt ganz einfach es steht fügen wir ihre Schlüssel hinzu wir lesen uns einfach dadurch was da enthalten ist ihre neue Brieftasche mit zwei oder vier Mehrfach Signaturen sein zum Ausgeben sind zwei Schlüssel erforderlich sie werden hier im Besitz von drei Schlüsseln sein der vierte von innen Schlüssel wird von Nunchuck auf uns sicher ein Server gespeichert wählen sie einen Schlüssel als Vererbungsschlüssel es muss sich um einen Tab sein und der Rest kann eine beliebige Kombination aller anderen Geräte sein die sie unterstützen damit sie die Tab unterzeichnen oder sie könnte in unserem Fall die Jade und die Coldcard sein natürlich das kann auch die haben andere Geräte die unterstützen ich kann mir vorstellen dass noch mehr hinzugefügt werden in Zukunft meint er sie können auf ihrer Webseite nachsehen was sie mit Nunchuck verwenden können aber zuerst fügen wir unseren Tab signer hinzu wir werden auf hinzufügen klicken ok Vererbungsschlüssel dieser Tab signer unterzeichnen wird designierter Vererbungsschlüssel sein sobald sie einen Erbschaftsplan eingerichtet haben kann ein begünstigter oder Treuhänder den privaten Schlüssel des Tab signers zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen um auf ihre sogenannte Brieftasche auf ihre Wallet zugreifen zu können nehmen sie sich bitte einen Moment Zeit um diesen Schlüssel zu markieren oder zu beschriften dann klicken sie auf weiter so Tab hinzufügen ja da steht extra eben Add Tab signer oder es ist eine drahtlose NFC Smart Card und signiert Transaktionen durch einfaches Antippen ihres Telefons oder Anhalten ihres Telefons auf dem nächsten Bildschirm platzieren halten bringen sie die Karte so nah wie möglich an den NFC Chip in ihrem Telefon was ich sagen sollte je nach Telefon unterschiedlich sein kann ich habe gerade ein Google Pixel bitte stellen sie sicher dass sie hinhalten bis sie eine Erfolgsmeldung erhalten wenn sie nicht sicher sind wo sich der Chip befindet sehen sie bitte die Bedienungsanleitung ihres Telefons nach damit sie dies ganz schnell online nachschlagen können aber ich weiß dass meine Art in der Mitte dieses so ungefähr in der Region ist in der Mitte des Telefons ich werde auf weiter klicken alles klar bereit zum scannen also nehme ich meinen Tab seiner halte es auf der Rückseite und voila alles klar ich muss die Pin für meinen Tab seiner eingeben was ich außerhalb des Bildschirps mache sobald meine Pin eingegeben ist steht dort bereit zum scannen ok und ich muss es erneut in die Nähe des Geräts halten es ist fertig ok wir haben jetzt unseren Tab seiner Schlüssel Nummer 1 hinzugefügt ja ganz einfach Hardware Schlüssel Nummer 2 so jetzt Nummer 2 ist jetzt fertig so Jade Hardware Wallet so wie geht es jetzt weiter initialisieren so ist nicht nötig dass dieses Ding so für sich eine Batterie das hat eine Batterie aber ich habe es jetzt gerade jetzt mal angeschlossen er meint jetzt mit einem Kabel und sie haben die Möglichkeit die erweiterten Funktionen zu initialisieren und zu verwenden wir werden die erweiterten Funktionen ausführen weil wir verwenden so etwas im AirGap Modus als ob es einfach an nichts angeschlossen wäre und wir werden hier einen privaten Schlüssel verwenden einen Test Schlüssel den ich mit dem Sitz hier erstellt habe den sie auch mit dem Jade und also erstellen können ich werde das einfach noch einmal scannen um unseren privaten Schlüssel hier für diese Sitzung so ich verzeihe Entschuldigung wenn das hier ein unglaubliches Donnen und Blitz Einschlag und ich weiß nicht was zu hören ist und ein unglaubliches vielleicht sogar Hagel zu hören ist es ist furchtbar laut also bitte um Verzeihung aber ich werde so laut als wenn 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 Sie sich hier damit befassen möchten wie man diese Schlüssel tatsächlich erstellt und mehr von Jade verwendet verlinke ich hier Ihre Tutorials die hilfreich sein können unten sobald sie herauskommen muss ich zum Zeitpunkt Aufnahme noch auf diese Funktionen des Jade noch mal eingehen aber wenn es schon etwas länger her ist sehen Sie sich vielleicht das mal an dass ich hier in den Shownotizen schnellen Tutorial hinzugefüge auf das ich hier verlinken werde Ressourcen die dabei helfen können aber was ich hier tun werde ist dass ich hier runter also weiter scrolle und auf erweitert klicke auf dem Jade und dann eine dieser Optionen auswähle einen Wiederherstellung Satz und ein Login übergebe hier weiter gehe und möchten Sie ja sich vorübergehend mit einer Wiederherstellung Phrase anmelden hat dies keinen Einfluss auf Ihre PIN gespeicherte Brieftasche falls vorhanden wir hatten also nichts auf diesem Gerät eingerichtet so wie es ist also werde ich es so belassen und ich sage ja okay wie möchten Sie den Brieftaschen QR Scan Code also oder etwas anderes wiederherstellen also klicken wir auf QR Code scannen das ist viel einfacher um die Kamera zu öffnen und dann halte ich es einfach den QR Code also das ist die Kamera natürlich auf der Rückseite von Jade in Sicht so scanne das Ganze ein prozessiere das Ganze und es sollte in Ordnung ist perfekt also verwenden wir jetzt den Jade Hardware Wallet mit diesem privaten Schlüssel und dieser private Schlüssel wird Teil unseres Multisig Quorum sein oder Multisig Setup sein so die nächste Option sagt nun wie sie mit ihrem Jade interagieren möchte in diesem Fall werden wir QR-Code verwenden wenn sie es mit einem Computer oder was auch immer verwenden würden sie es USB auswählen aber das ist jetzt hier nicht der Fall nicht notwendig also klicken wir darauf und fahren dort fort so und das bringt uns zu unserem Hauptbildschirm und was wir tun werden ist dass wir uns irgendwie darauf vorbereiten unsere Informationen auf Nunchuck sozusagen zu exportieren und die Art und Weise wie wir das machen ist dass wir zu den Einstellungen gehen die haben wir hier jetzt gehen wir zum XPAP Export dadurch wird automatisch der Einzelsick Export geladen aber wir möchten das nicht da wir die Multisignatur hier haben Multisick Setup Multisignatur also stellen wir sicher dass wir die Optionen hervorheben das steht hier alles zum selektieren die wir auf den Einzelsick reduzieren und tippen sie einmal darauf um Multisick zu erhalten und gehen sie einfach zum Zurückpfeil so und wir können jetzt sehen dass Multisick steht hier steht Multisick und die Information auf dem Bildschirm für uns bereit steht an diesem Punkt können wir unser Telefon hier nehmen wieder hernehmen und einen Hardware Schlüssel hinzufügen Nummer zwei um welche Art von Hardware Schlüssel Handel hinzufügen hier sehen sie die Bezeichnung für Tab über das Tab Seine Schild oder Coldcard so ja also sieht man hier wiederum steht auch hinzufügen also R Gapped also nicht mit dem intern verbunden Schlüssel ja das also Nummer 1 steht der initialisiere den Geräteschlüssel und zweitens entschlüssele denn das Gerät so befolgen sie Anweisung des Anbieters hier zum Einrichtigen ihres Seed Gerätes mit einer Seed Phrase entsperren dieses Gerät möglicherweise müssen sie direkt eine Pin oder Pass Phrase eingeben ok fahren sie jetzt fort jetzt sehen wir den Import per Datei oder scannen QR-Code den wir ausführen werden QR-Code scannen wir lassen es zu so wir halten den Jade jetzt hoch und lassen ihn jetzt scannen damit wir ihn sehen können ja importiert alle Informationen von Jade und wir drücken die Add also hinzufügen Taste perfekt also wir sind jetzt mit dem Jade Hardware noch nicht ganz fertig aber wir sind vorerst mit der Export Option jetzt fertig also können wir einfach hier hingehen damit wir fortfahren können und wir werden den hier einfach wieder wie kommen wir hier wieder raus und zu unserem Hauptbild Schirm zurückkehren wir können hier weitermachen so ich lege Jade hier zur Seite so und jetzt machen wir mit der Coldcard MK4 weiter also haben wir bereits den es ist auch einige Informationen und Links in den Shownotes von BTC Sessions schreibt er noch hinzu also in den Shownotes also wir bereits den Pin auf unsere Coldcard gesetzt sie sind initialisiert aber wir werden jetzt mal aufschieben so Nunchuck zuerst Nunchuck zuerst dass sie uns mit dem Kaltstrom hier durch den Prozess hier führen werden hier rufe ich noch einmal mein Telefon auf so hier zoome ich etwas raus wir werden hier Hardware Schlüssel Nummer 3 hinzufügen also klicken wir auf hinzufügen welchen Typ wir geben wir werden unsere Coldcard hier schnappen so und dann haben wir die Möglichkeit per NFC oder sie in ihr Telefon einstecken und so weiter so wir werden dafür aber jetzt der einfachkeit halber der NFC Funktion also drahtlos und ja also auch Airgap Funktion verwenden zum Beispiel hier also wähle ich das obere hier aus da steht Initialisierung der Coldcard Entsperrung oder der Coldcard also haben wir beide hier getan NFC aktivieren und hier habe ich mein NFC bereits wieder aktiviert auf dem Coldcard wenn sie möchten können sie zu meinem Tutorial zurück kehren ich weiß nicht wie das jetzt ja also wenn sie das jetzt nicht wissen wie das es geht also wir klicken auf weiter also bringen sie ihr Telefon auf dem nächsten Bildschirm so nah wie möglich an den NFC Chip der Coldcard der sich hier auf der Tastatur und der Nummer 8 hier herum befindet ok und dann wird Coldcard hier angezeigt gehen sie auf die Coldcard gehen Export Wallet Generic JSON ok und 0 für das Konto ja und drücken sie die 3 also gehen wir das gleich hier durch also gehen wir hier zu erweiterte Advanced Funktionen und lassen sie mich hier ja hier ein wenig hier rein zoomen bis hinunter zu den erweiterten ja also erweiterte oder also Werkzeuge quasi auf deutsch ja bis hinunter zu erweiterten Advanced Tools ja gehen zum Export Wallet dann so wir gehen bis zum generischen JSON ja Wallet oder Datei und dann sagt uns das irgendwie was es hier macht die erstellte Datei ist sensibel Datenschutzbestimmung und so weiter und so weiter etc also nicht mit irgendeinem Teil bla 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 von da an nichts für die Kontonummer wir lassen das einfach hier aus generieren so jetzt generiert das das ganze und an dieser Stelle heißt es drücken sie drei um die Exportdatei über NFC zu teilen und das ist es was wir hier machen wollen ansonsten wenn sie die Datei machen wollen klicken sie einfach auf das Häckchen und es wird auf ihre SD-Karte abgelegt aber wir machen NFC wir drücken drei und sagen hey es sieht so aus als ob wir es jetzt jetzt können benutze die NFC-Funktion also lege ich es einfach flach hin wir schnappen uns das Telefon das zum Scannen bereit ist legen es einfach hin so so voila und sehen uns an ja dass die Callcard hinzugefügt wurde also sind wir an diesem Punkt jetzt kann der Plattformschlüssel eingerichtet werden und der Plattformschlüssel ist der Schlüssel denn der auf der Nunchuck Server gespeichert wird ja für den Plattformschlüssel klicke ich also auf konfigurieren er sagt was der Nunchuck Plattformschlüssel ist diese Schlüssel wird von so und so verwaltet sicheres Server es signiert automatisch basierend auf den Richtlinien die sie hier in den nächsten Schritten konfigurieren also klicke ich auf weiter konfigurieren konfigurieren das Ausgabenlimit für die gemeinsame Signatur der Plattformschlüssel signiert Transaktionen nur dann wenn der ausgegebene Gesamtbetrag nicht überschritten wurde das Ausgabenlimit also das können sie ja selber festlegen ja alles ja Ausgabenlimit sodass das mitunterzeichnende Ausgabenlimit derzeit auf den Gegenwert von 1000 Dollar ja zum Beispiel oder Euro was auch immer festgelegt ist können sie nach belieben ändern sie können es von US also US also ich nehme an man kann es auf Euro jetzt auch ändern in den ja über also von US Dollar auf Bitcoin bis hin zu Sats kann man das auch ändern ich bin mir sicher man kann es auf Euro ändern gut sie können es in ein tägliches Limit oder ein wöchliches Limit pro Monat oder was auch immer beschränken sie sich was auch immer sie sehen ein jährliches Limit was auch immer herzbegehrt auch wenn sie es im Grunde so konfigurieren können so dass es hier Demo Demo Zwecke als also als geeignet erscheint ich werde hier es so belassen wie es in Ordnung sein sollte wie es hier ja gut so wird die Transaktion nach dem Kosignieren automatisch gesendet sie können auch eine Kosignierung Verzögerung sogar aktivieren eine Kosignierung Verzögerung gibt ihr einen Zeit Fehler oder einen unbefugten Zugriff zu erkennen bevor eine Transaktion gesendet wird also die haben wirklich an alles da mit gedacht wenn also jemand irgendwie an eine ihrer Schlüssel gelangt wenn sie einen Chorum mit mehr Signaturen haben und auf ihr Nunchuck Konto zugreift und versucht eine Transaktion durchzuführen kommt es zu einer Verzögerung ihrer Wahl unabhängig von der Zeitspanne in der sie entscheiden dass sie hier eine ausstehende ausgehende Transaktion bemerken würden an der sie dann das ganze Konto sperren könnten so und sagen sie Nunchuck hier im Grunde dass das nicht wahr bitte unterschreiben sie das also nicht dann wird es nicht gesendet so dass ja sie wissen also wie hoch die Sicherheit dort ist selbst für den Fall dass einige ihre Schlüssel kompromittiert werden nettes kleines Feature dort also werde ich zu diesem Zweck einfach noch einmal auf ja automatisch hier senden klicken und auf weiter so dass wir hier jetzt alle vier Schlüssel haben den Unterzeichner dem Jade unsere Coldcard und den Plattform Schlüssel und wir können auf weiter klicken so jetzt haben wir alles als nächstes richten wir unsere Sicherheitsfragen ein ich klicke auf weiter also das wird ja selber bekannt von anderen Plattformen Sicherheitsfragen immer gut der Schlüssel Wiederherstellungsverfahren hilft Ihnen den privaten Schlüssel des Step Unterzeichnens bei Verlust oder Unfällen wiederherzustellen füllen Sie die Sicherheitsfragen aus die Antworten unten werden verwendet um unbefugten Zugriff auf die Schlüssel Wiederherstellung zu verhindern bei den Antworten muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden wählen Sie also eine der voreingestellten Fragen aus oder stellen Sie Ihre eigene Frage und erhalten Sie drei davon also ich werde hier ein paar davon durchgehen und dann machen wir hier weiter so sobald Sie Sicherheitsfragen festgelegt haben können Sie Ihre Wallet erstellen also klicken wir weiter um der Brieftasche einen Namen zu geben nennen wir dies einen nennen wir das ein Test nennen wir das einfach ein Honey Badger und ich bin ziemlich durstig jetzt gut nun fort es heißt bitte registrieren Sie diese Brieftasche mit Ihre Callcard Sie müssen diese Brieftasche mit Ihrer Callcard registrieren bevor Sie Sie zum Signieren von Transaktionen verwenden können im Grunde bedeutet dies folgendes wir müssen dass sie Teil einer Mehrfallsignatur ist damit sie überhaupt weiß was sie signiert also klicken wir auf Wallet auf Callcard exportieren und exportieren über NFC heißt es auf der Callcard er sagt uns genau wohin wir in den Menüs gehen müssen also machen wir weiter ich gelege das jetzt das Telefon auf der Seite und gehe auf den zweiten Blick und gehe auf die Callcard also gehen wir hier einfach zu X zurück mit X zurück Hauptbildschirm also wir können den ganzen Weg hier nochmal durchgehen gehen nochmal zu den Einstellungen gehen wir zum Multi-Sig Wallets und dann gehen wir zum Import über NFC wir können das hinlegen jetzt nochmal die Callcard so wir legen das jetzt nochmal hin legen unser Telefon nochmal das zum Scannen bereit ist wir werden es einfach wie vorher auch über Daten Übertragung vor dem Vorgang also hier platzieren einfach so NFC funktioniert einfach wirklich scheinbar scheinbar ich habe es noch nicht selber ganz ehrlich habe es noch nicht selber ausprobiert aber es ist so wie bei einfach mit der Bankomatkarte im Supermarkt das hinhalten einfach das ist einfach NFC so halten halten Sie Gerät einfach in die Nähe Ihrer Callcard auf der Callcard steht hier neue Multisignatur erstellen Wallet namens Honeybadge SD so aus als ob die übertragung ordnungsgemäß erfolgt ist und dann ist die Richtlinie also bei MK4 meint er bei zwei Unterschriften von vier zwei von vier Unterschriften mit unterzeichnen sind erforderlich um Ausgaben zu genehmigen und dann wird angezeigt welche Art von Adress Adressen Ableitungspart hier vorliegt drücken Sie eins um erweiterte Schlüssel anzuzeigen oder okay um zu genehmigen X um dies abzubrechen ich drücke auf okay und wir haben das Quorum jetzt perfekt gespeichert sodass die Goldcard die ich zum Hauptbildschirm hier zurückgehe nun in der Lage ist Transaktionen diesem Multisignatur Setup zu signieren ich kann das jetzt ablegen da steht jetzt bitte registrieren diese Brieftasche mit ihrem Airgap also nicht mit dem internen verbunden heißt im Airgap bezieht sich auf unseren Jade hier vom Blockstream und wir sagen dem Jade erneut dass sie Teil eines Multisignatur Setup ist und erlauben das Multisignatur Multisig zu scannen damit es weiß wie es es so unterschreiben also werden das nochmal ganz unten anklicken dieses mal mit dem QR-Code jetzt steht dort dass die Optionen Export nach Keystone Seed sein oder Jade oder Export in einen Export in einen ja also wie auch immer also haben wir offensichtlich die auf die Exportieren drücken so wir haben gedrückt wir haben also einen animierten QR-Code den wir jetzt mit unserem Jade auf dem Jade selber scannen können alles was wir suchen auf Nahaufnahme ist die Scanschaltfläche also scrollen wir über einen klicken auf scannen und ich werde das einfach ok stellen ja also drücken damit wir auf dem Bildschirm hier sehen dass die Multisynchronisierung hier erfolgt ist und wir werden wir können nach rechts tippen um die importierten Informationen anzuzeigen und es gibt uns also die Fingerabdruck Ableitung und XPAP wir gehen also alle Informationen wir gehen noch einmal weiter unterzeichnen bla 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 alle Informationen sie sehen also unterzeichnen eins von zwei also zwei von vier drei ja es wird also für uns aufgeschlüsselt alle Informationen für jeden einzelnen diese Fingerabdrücke und XPAPs in Ordnung also gibt es vier Unterzeichner insgesamt dann heißt es möchten sie das Geld hier also quasi registrieren ja die Mehrfachsignatur und ich werde das Häckchen hier setzen damit der Jade jetzt damit das Jade habe weil es eingerichtet ist so Transaktionen scannen und tatsächlich genehmigen so damit sie es genehmigen kann so gratuliere sobald sie dieses Multi-Six-Setup hier oder Quorum erfolgreich in ihr Jade importiert haben und es Transaktionen signieren kann erhalten sie diese Nachricht herzlichen Glückwunsch ihr Wallet wurde für die beste Sicherheit erstellt bitte bewahren sie ihre Schlüssel an physisch verteilten Orten auf das heißt sie sollten nicht alle dort liegen also alle zusammen in einem Ort zusammen liegen ja also das 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 ist dann eben wirklich absolut sicher Redundanz und so weiter also an verschiedenen Orten am besten vielleicht denn dann ist alles was sie brauchen um mit Geld zu bewegen an einem dann ist es nicht das gar an einem Ort und macht es irgendwie keinen Sinn wenn sie dafür eine Mehrfach Signatur einrichten wir werden hier auf weiter klicken alles klar schließlich richten sie einen Erbschaftsplan also klicke ich auf weiter so mit dem Nunchuck Erbschaftsplan können sie ihre Bitcoins sicher an ihre Liebsten weitergeben ohne die Sicherheit ihrer täglichen Wallet Nutzung zu beeinträchtigen bevor wir beginnen finden sie hier einige Definitionen Begünstigter und Einzelperson wäre Bitcoin Treuhänder erbt zum Beispiel ist eine Person die ihnen dabei bei der Verwaltung Verteilung ihrer Bitcoins an den Begünstigten hilft oder Begünstigten Erbschaftsplan kann direkt vom Begünstigten oder indirekt über einen dritten Treuhänder in Anspruch genommen werden so der Erbschaftsplan wird diese Hauptkomponenten als Backup haben Entschuldigung ein Backup Passwort und ein Aktivierungsdatum wir gehen jetzt eine Reihe durch Schritt für Schritt hier ist der sogenannte Zauberspruch ihres Plans Ihr Erbschaftsplan wird durch eine Passphrase eindeutig identifiziert Passwort der Satz kann verwendet werden um ihren Plan später nachzuschlagen notieren sie sich bitte dies sie müssen ihn mit begünstigten oder dem Treuhänder das mitteilen damit sie sich diese drei Wörter notieren können so nachdem sie sie notiert und an den sicheren oder aufbaut haben klicken sie auf weiter finden sie ihr Backup Passwort in der von ihnen angegeben Brieftasche wenn sie den Tab seiner als Erbschlüssel verwenden wird am oder nach dem Aktivierungsdatum eine verschlüsselte Sicherung ist auf unserem Server gespeichert der begünstigte oder Treuhänder kann diesen Schlüssel mit Hilfe des auf der Rückseite des Tabs eines aufgedruckten Sicherungskennwortes wiederherstellen unter dem er aufgeführt ist angeführt ist notieren sie sich dieses Backup Passwort sie müssen es den begünstigten oder Treuhändern mitteilen damit er sich auskennt auf der Rückseite des Tab Unterzeichners wieder ein spezieller Code befindet wenn sie mein Tab seine Video angesehen haben werden sie auf jeden Fall eingeweiht oder kennen sie sich dann aus trotzdem werde ich das jetzt nicht umdrehen aber im Grunde werden sie sich das Backup Passwort notieren das auf der eigentlichen Karte als Backup Schlüssel bezeichnet wird und sie werden es auch an einem sicheren Ort aufbewahren müssen es ist wichtig zu beachten dass die Datei auf Nunchuck Servern praktisch nutzlos ist wenn dieser Schlüssel nicht aufgeschrieben wird man kann es auch sagen man kann so sein Nunchuck kann ihr Geld nicht nur mit der Sicherungsdatei des Tab Unterzeichnens bewegen sie benötigen den Entschlüsselung Schlüssel der sich auf der Rückseite dieser Karte befindet und fahren mit der Vererbung jetzt fort so Schlüsseltipp der Vererbung Schlüssel ist ausschließlich für den Zweck der Vererbung bestimmt der als Vererbung Schlüssel bezeichnete Unterzeichnis sollte verschlossen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden bis er für alltägliche Ausgaben benötigt wird Wir empfehlen Ihnen ihn zu verwenden die anderen Schlüssel im Portemonnaie damit diese nicht ständig für Ausgaben verwendet werden sind speziell für die Erbschaft hier bestimmt so richten Sie sie weiter ein Aktivierungsdatum das nur an einem Datum hier nach dem Datum liegt an dem begünstigte oder Treuhende die Erbschaft für Sie beanspruchen kann Sie können das ganze das Aktivierungsdatum jederzeit über die Registerkarte Dienste ändern ja also wie der Service quasi bitte beachten Sie dass nach der Auswahl eines Datums für jede Anfrage zur Datumsänderung zwei Ihre Schlüssel zum Abmelden erforderlich sind oder anmelden damit Sie das Datum ändern können können Sie doch mindestens zwei der drei Schlüssel benötigen Sie haben alles so eingerichtet dass es sich so ändert also werde ich es für dieses Video hier eigentlich relativ nah einstellen also nehme ich es hier am Montag wie dem 23. Januar zum Beispiel auf also werde ich es für den nächsten Tag einstellen also 24.1. 2023 und eigentlich ist das wohl praktisch also ich bin froh dass ich das nicht abtippen musste Sie haben hier nur den Kalender also stelle ich morgen ein klicke dann auf OK nun ich fahre dann jetzt fort möchten Sie eine Nachricht hinterlassen nachdem der Begünstigte oder Treuhänder die Erbschaft beansprucht er wird diese Nachricht sehen können damit sie Notiz hinterlassen können und wiederum eine einzigartige halten genießen Sie die Sets und sagen Sie einfach weiter Sie können diesen Schritt nicht überspringen wenn Sie möchten wenn Sie am Aktivierungsdatum die richtigen Benachrichtigungseinstellungen aus und möchten Sie dass wir hier den Begünstigten oder Treuhänder über die Erbschaft benachrichtigen planen Sie wenn ja geben Sie bitte eine E-Mail-Adresse ein OK ich denke das ist ein guter Schritt und Sie können dies an mehrere E-Mail-Adresse senden wenn Sie es für richtig halten aber ich werde es hier versenden um die E-Mail-Adresse meiner Website zu verlinken nehmen Sie also Kontakt zu .ca auf OK und dann können wir sagen benachrichtigen Sie Sie noch heute wenn Sie möchten dass Sie wissen dass Sie Teil dieses Erbschaftsplan sind wenn Sie sich dazu entschließen können Sie auf weiter klicken oder ich möchte nicht irgendwelche Benachrichtigungen also mache ich hier weiter überprüfe morgen das Aktivierungsdatum also des Plans mit der Passphrase oder Zauberformel ja also wie auch immer mit diesen drei Wörtern Backup Passwort und dann steht auf der Rückseite Schlüssels ja natürlich sagen Sie sagen Sie nur dass du das notieren sollst und dann die Notiz dazu begünstigte also der ist der begünstigte der Sets oder von Bitcoin klicken auf weiter so zwei Unterschriften sind jetzt erforderlich um diese Änderungen an Unterschrift zu autorisieren Sie werden aufgefordert eine Dummy Transaktion zu unterzeichnen die 10.000 Sets oder 2,29 an ihr eigenes Wallet sendet die Dummy Transaktion verwendet eine gefälschte Eingabe und tut dies nicht so bewegen sie ihre echten Bitcoins sie werden nicht übertragen und sofort danach entfernt wir unterzeichnen wir werden auswählen womit wir unterschreiben können ich werde fortfahren ich werde also die Callcard mit NFC signieren also drücke ich auf signieren und dann gehen wir auf der Callcard bereit zum unterschreiben und dann drücken sie die drei so und dann tippen wir auf unterschreiben damit die auf der Callcard die allererste Option auf der Callcard die zum unterschreiben bereit ist also werde ich überprüfen ob die Callcard bereit ist eine Ausgabetransaktion zu unterschreiben Vorschlag auf die NFC legen oder die Nummer drei drücken um eine Partial Sign Bitcoin Transaction mit NFC also eine partiell teilweise Bitcoin Transaktion hier mit NFC zu senden so dass wir an dieser Stelle einfach NFC Einschalt Vorgang durchführen können nehme ich hier mein Telefon tippe einfach auf ok so halte es hier hin so er validiert das ganze die Callcard validiert das ganze fragt noch mal ok sagt mir die Callcard ok zum senden willst du das hier mit all den Informationen hier senden Transaktion unterschreiben ja scroll weiter runter alle Informationen sind hier da scroll weiter mit Checkmark ja press ok auf ok drücken auf check auf dem Häckchen drücken ok und es wird angezeigt dass wir das hier also die Transaktion hier möchten außerdem wird angezeigt dass es auch im Telefon zum Scannen bereit ist also noch einmal hier anhalten jetzt sehen wir unsere Callcard Transaktion hat das signiert wir brauchen hier einen weiteren Unterzeichner und den werden wir tatsächlich verwenden weil ich hier gerne hier den Tab Unterzeichner verwenden möchte um sicherzustellen dass dieser Schlüssel einwandfrei funktioniert ich werde das nur hier hier das nur tun obwohl dies normalerweise wiederum nur für der für die Erbschaft vorgesehen ist ja aber nur um sicherzugehen ich habe hier einfach Lust diesen Schlüssel mal nochmal zu überprüfen zur Sicherheit also werde ich zuerst mit dem Tab Unterzeichner auf signieren klicken um das zu bereiten mit der PIN jetzt sagt unser Telefon bereit zum unterschreiben so halten sie das Gerät einfach an so ja ja dein Erbschaftsplan er wurde in Ordnung alles aufgestellt alles ja eingesetzt so Erbschaftsplan wurde erfolgreich eingerichtet fahren sie fort sagen sie teilen sie ihre Geheimnisse der Zaubersatz oder die Passphrase oder Passwort und das Backup Passwort müssen mit oder den Parteien die für die Erbschaft berechtigt sind mit den Parteien geteilt werden bitte wählen sie Option aus direkte Erbschaft der Begünstigte hat am Aktivierungsdatum die volle Kontrolle über die Erbschaft er kann die Erbschaft für sich selbst beanspruchen Option 2 indirekte Vererbung ein Treuhänder hat am Aktivierungsdatum die volle Kontrolle über die Erbschaft der Treuhänder kann den Begünstigten dabei helfen die Erbschaft in seinem Namen einzufordern Option 3 gemeinsame Kontrolle der Begünstigte und der Treuhänder haben am Aktivierungsdatum die gemeinsame Kontrolle über die Erbschaft der Begünstigte und der Treuhänder müssen ihre Geheimnisse zusammenbündeln um die Erbschaft in Anspruch nehmen zu können sie haben also hier viel Spielraum wie sie das hier tun wollen ich werde mich hier für die direkte Erbschaft entscheiden sodass keine vertrauenswürdigen Dritten hier involviert sind es ist das Familienmitglied das hier eingesetzt wurde so sind die drei Wörter und das Backup Passwort für verschlüsselte Sicherung die auf der Rückseite des für die Vererbung vorgesehenen Tab Signes zu finden ist also auf der Rückseite der Karte und den Schlüssel auf der Rückseite des Geräts in Ordnung an dieser Stelle werde ich drücken okay wenn sie fertig sind können sie diese Informationen noch einmal überprüfen indem sie zur Ansicht Dienste navigieren Vererbungsplan anzeigen dort habe ich ihn ja wir machen weiter Schritt 1 bis 4 abgeschlossen ich gehe auf weiter und los geht's so jetzt haben wir unser Wallet eingerichtet führen wir den Test durch Honey Badger sitzt genau dort wir haben den Tab Unterzeichner unsere Hardware Schlüssel der unsere Jade ist Jade und die Cold Card die wir Hardware Schlüssel in Jade umbenennen können wenn wir es für richtig halten aber jetzt haben wir hier das komplette Setup und sie können in unseren Geldbörsen hier navigieren wie wir es für richtig halten und wir können das senden hier und aus dem Wallet heraus sowie die Inanspruchnahme der Erbschaft hier testen sobald es morgens soweit ist also für das Aktivierungsdatum sicher festgelegt dass der wie diese Session festgelegt hat das Interface Overview also wie das Ganze hier aussieht mit dem Display hier mit dem Hauptbildschirm hier also lassen wir hier also jetzt was Allgemeine Navigation hier nochmal durchgehen da wir nun alles eingerichtet haben bis sie ihre Wallet haben die sie benötigen ich habe diese erstellt diese hier unterstützt das Wallet mit den mit mehreren zugewiesenen Schlüssel können sie sehen dass sie ein Bitcoin Guthaben im Gegenwert von einem Dollar haben sie haben ein Etikett mit der Aufschrift unterstützt und sie haben unten auch eine zwei von vier Multisignatur ich werde hier verschiedene Schlüssel haben damit sie den Unterzeichner unseres Hardware Schlüssels noch einmal sehen können der Jade Hardware Wallet und die Coldcard ist denken sie jetzt daran dass der vierte Schlüssel wie bereits erwähnt auf Nunchuck Server gehostet wird über die sie Kontrolle haben das bedeutet dass sie es nicht also sie haben nicht die Möglichkeit ihre Schrift Arten zu verschieben also die ja aber sie können als sekundäre Unterzeichner fungieren wenn sie es brauchen wenn wir unten hier einen Blick darauf werfen sehen sie ein paar Registerkarten dort gibt es Wallet Dienste was genau das ist was wenn sie die Unterstützung Wallet verwenden handelt es sich um verschlüsselte Nachrichten zwischen ihnen und anderen Personen die sie als Kontakte zu Wallet hinzufügen ich werde hier nicht weiter darauf eingehen mit ihrem Nunchuck Konto zu tun hat und wie wir hier interagieren wenn wir auf der Brieftasche tippen sehen wir hier einen ganz neuen Bildschirm und ich gebe eine neue Aufschlüsselung dessen was sich hier dort befindet Empfangsschaltflächen senden empfangen und dann heißt es dass sie noch keine Transaktionen hier haben was normalerweise angezeigt werden würde und dann wird eine Empfangsadresse angezeigt jetzt werden sie feststellen dass meine Empfangsadresse im Testnet liegt weil ich Testnet gerade verwende ich werde die später nutzen um mein Erbe tatsächlich zu sichern aber vorerst werden wir Testnet Münzen also Testnet Coins quasi verwenden und ich werde ihnen schon einige Ressourcen hinterlassen wie sie sich darauf bezieht wie man das Testnet tatsächlich nutzt oder wie man es macht erhalten sie Testnet Münzen wir haben hier jedoch eine Adresse die gescannt werden kann oder sie können auf die Schaltfläche kopieren klicken um sie in eine Nachricht hinzufügen damit jemand anderes ihr Geld senden kann sie können auch auf Teilen klicken und dadurch werden Anwendungen geöffnet in denen sie dies tun können teilen sie ihre Adresse mit wenn wir auf Wallet Konfiguration Anzeigen klicken wir erhalten weitere Details wir können sie mit der kleinen Schaltfläche bearbeiten und benennen hier sehen wir auch das Mitgliedsschlüssel Tab Zeichen oder die Coldcard Hardware Wallet die Jade ist und der Plattform Schlüssel und wir haben unsere Richtlinien und um den Plattform Schlüssel den wir sehen können müssen wir ein Passwort hier eingeben und unser Nunchuck Passwort also belasse ich das es vorerst weil wir diese Einstellung bereits gesehen haben als wir außerdem oben rechts eingerichtet haben mit den drei kleinen Schaltflächen können wir unser Multisig hier als QR-Code exportieren wir können es für eine Coldcard exportieren oder wir können eine Aktualisierung erzwingen wenn wir möchten so dass der QR-Code hier angezeigt wird nehmen wir an sie haben ihren Jade jetzt gelöscht oder wenn sie die Karte hier nicht initialisiert ist wie wir sie jetzt haben würden sie diesen QR-Code erneut scannen um sie darüber zu informieren dass es sich um ein Multisig Quorum handelt damit sie weiß was unterschrieben werden muss und wenn sie zufällig eine neue Coldcard erhalten erhalten und diese neue erneut exportieren müssen gehen sie direkt dorthin und erzwingen sie quasi die Aktualisierung wenn die Transaktionen nicht richtig angezeigt werden können sie auf diese Schaltfläche klicken dadurch wird die Brieftasche aktualisiert und es wird dann nach neuen Transaktionen gesucht das ist hier im Grunde das was wir hier tun werden schicken sie ein paar Münzen also an diese Brieftasche damit wir das versenden hier üben und sehen können wie das hier aussieht so wie wird das Ganze quasi jetzt mit Bitcoin jetzt versorgt jetzt wird das Multisig so wir werden also ein paar Testnetto Münzen in diesem hier reinbekommen im Grunde werde ich meine hier meine Adresse kopieren an diese Stelle wäre das normalerweise der Fall wenn ich diese Adresse an jemanden schicke der mir Münzen schickt oder an eine andere Wallet wo ich sie einfügen könnte ja und Geld also Bitcoin an meine Mehrfach Signatur senden kann aber ich bin hier gerade an einem Bitcoin Faucet hier ein Testnet Faucet hier können sie also ein Hahn aufdrehen können hier können sie Testnet Münzen zum herumspielen einfach bekommen also mache ich hier weiter ich werde diese Adresse dort einfügen ok ok wir haben gerade ein paar Testnet Bitcoin an uns geschickt ich kann es mir ansehen also springe ich hier und wenn wir möchten können wir uns die Wallet Konfiguration hier ansehen und eine Aktualisierung hier erzwingen so und dann sehen wir ein Update mit einer eingehenden Transaktion von 0,006 Bitcoin und so ja ich weiß dass es sich hier um eine sehr kleine Transaktion für etwa 37 Dollar handelt aber wir haben trotzdem einen Testbetrag in der Brieftasche damit wir so sehen können wie es funktioniert wie wir es unterschreiben und dann versenden können das werde ich mir auch holen hier ein paar weitere Testnetz Transaktionen von anderen Vorsätzen nur damit wir ein bisschen Gleichgewicht hier haben und dann können wir ein bisschen hier herum experimentieren so jetzt wie kann ich als Cosine hier mit Non-Choc hier signieren oder entschuldigen senden ja okay wir haben jetzt eine Handvoll Testnetz Transaktionen erhalten also habe ich ein Gleichgewicht in der Wallet die ich jetzt zum Testen des Sendens verwenden kann was wir also tun werden ist dass wir eine einzelne Transaktion versenden die unserem Schwellenwert für das tägliche Senden liegt was also bedeutet dass sie darunter liegt und wir legen es auf 1000 Dollar fest wenn wenn ich unter diesen 1000 Dollar einige Transaktionen sende muss ich in einem meine Schlüssel verwenden und es wird normalerweise empfohlen sie nur bei den zusätzlichen Schlüssel zu verwenden nicht der Vererbung Schlüssel das ist alles in Ordnung also wenn in diesem Fall entweder die Coldcard die Jade und das wird eine der drei Signaturen sein die andere Signatur kommt von dem Schlüssel der auf Nunchuck Servern gespeichert ist signiert so die Transaktion automatisch wenn sie unter dem von uns festgelegten Schwellenwert liegt wenn der Wert darüber liegt sind zwei Unterschriften erforderlich eine von jeden ihrer anderen Geräte deshalb schauen wir uns das jetzt nochmal an und legen unseren Schwellenwert auf 1000 Dollar pro Tag fest und es sendet danach automatisch das sind die Einstellungen die wir festgelegt haben es gibt keine Transaktionsverzögerung die wir hier festlegen sobald wir etwas unterschrieben haben sollte es also sofort losgehen also gehen wir in unsere Honey Badger Brieftasche ich werde senden klicken und dann die Schaltfläche scannen verwenden ich habe hier auf meinem Computer eine Testnetzadresse damit ich sie scannen kann also öffne ich das einfach schnappen sie ganz schnell die Adresse dann geht es los die Adresse wurde erkannt bitte geben sie den Betrag ein ich kann hier entweder einen Bitcoin Betrag eingeben oder auf US-Dollar oder was auch immer vielleicht Euro umstellen sodass wir einfach eine 20 US-Dollar Transaktion durchführen ok ich klicke auf weiter und dann auf ich kann eine Anmerkung zufügen ich nenne es einfach testen ok also werden wir hier zuschlagen an diesem Punkt haben wir die Möglichkeit die Transaktion zu erstellen oder die Gebühreneinstellung anzupassen wenn ich also darauf eingehe dann habe ich dann habe ich Optionen wie vom Gebührenbetrag subtrahieren oder manuelle Gebühr können sie bei Bedarf später durch ersetzen durch Gebühr verwenden damit ich einen manuellen Gebührensatz hier eingeben und auswählen kann und das teile uns mit dass wir wissen dass hier die aktuellen Tarife mit der Priorität Standard wirtschaftlich oder das gibt mir also ökonomisch ja ich werde also keine hier davon im Moment wirklich verwenden ich klicke einfach auf Transaktionen stellen an dieser Stelle heißt es also hey es stehen Unterschriften an ich benötige eine Unterschrift von einer von ihnen auf mit den Geräten empfohlen da dies ihr Vererbungsschlüssel ist ich würde ihnen raten für diesen Fall den Nichtvererbungsschlüssel zu verwenden also mache ich weiter wir werden mit der Jade hier unterschreiben und dann werden wir mal sehen wie das hier aussieht und tatsächlich habe ich inzwischen die Jade hier ausgesteckt und wieder angeschlossen also werden wir sehen wie es im Air Gap also im nicht also im nicht internetverbundenen Modus hier aus um unseren Schlüssel wie zuvor zu scannen und wo wir dann auch den Multisignatur Setup suchen müssen damit der Jade weiß was es hier signiert nachdem er ihn zuvor eingerichtet hat so eine schnelle Demo wie man die Info reimportieren kann auf einen nicht internetverbundenen Jade Wallet okay also mit dem Jade hier ich gehe zu erweitert ich gehe zu Videoerstellung für eine Login Phrase wie wir es zuvor getan haben und sagen möchten Sie sich vorüber gerne anmelden mit der Videoerstellung Phrase klicken wir auf ja dann wollen wir einen QR-Code wollen wir die Wörter eingeben wir scannen QR-Code wie zuvor mache hier einen schnellen Scan und und es verarbeitet das Ganze so dann steht dort wie möchten Sie hier interagieren wir werden den QR-Code verwenden sobald wir so nachdem wie wir eingeloggt sind müssen wir dem Jade jetzt sagen hey was unterschreibe ich denn gerade weil wir gerade den Schlüssel und den QR-Code gescannt haben weil es nicht natürlich dass er Teil einer Mehrfachsignatur ist also müssen wir ihn über diese Situation informieren also machen wir das über unser Nunchuck Multi-Signature Wallet und exportieren diese Informationen dort in Nunchuck wir gehen zur Wallet Konfiguration gehen nach rechts oben und klicken auf Anzeigen das ist ein QR-Code und wir werden Export zum Exportieren zum Keystone Seedsiner Jade als QR-Code auswählen dieser animierte QR-Code erscheint auf und dem Jade so mit dem Jade scannen das ganze scan so wir scannen den QR-Code mit dem Jade so wir springen zurück zu unserem Hauptbildschirm und die Mehrfachsignatur wurde importiert so dass wir jetzt damit interagieren können so dass das Jade ist jetzt bereit Hardware Wallet dann können wir hier in unserer Brieftasche einfach auf scannen fertig klicken so zurück zu unserer Transaktion jetzt wieder noch einmal so dass wir auf dem Signatur also eine Auswahl treffen Hardware Schlüssel das ist unser Jade wir drücken auf Zeichen ja äh 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 und exportieren ihn dann also export to ja weil wir dem Jade sagen müssen was wir hier tun so QR-Code so jetzt wird das Ganze mit dem Jade nochmal gescannt wir wählen erneut scannen und scannen QR-Code der sich auf unserem Telefon befindet jetzt wird uns eine Transaktion angezeigt hier senden sie Bitcoin und so viel damit wir das Häckchen setzen können dies ist ihre Gebühr die wir Ablehnung auf das Häckchen setzen können so und dies ist unsere abgeschlossene Transaktion also legen wir die Jade hier jetzt mal weg legen wir die Jade hier jetzt weg schauen sie sich unser Telefon jetzt an und darunter sehen wir eine Schallfläche mit Aufschrift Signatur importieren wir sind wenn ich darauf tippe öffnet sich unsere Kammer und wir können scannen was sich auf dem Jade befindet so das scannen wir jetzt und das ging schnell sobald es scannt bekommt es sofort eine Plattform Schlüsselsignatur und sendet es automatisch weil das die Einstellungen eben sind die wir gerade festgelegt haben wir haben das Wallet so nicht so eingerechnet dass wir sehen können dass es bereits auf Bestätigung wartet und es losgegangen ist jetzt wenn ich aus dieser Transaktion aussteige können wir diese Transaktion hier für etwa 20 zuzüglich der Gebühr hier uns das mal ansehen gehen wir zu weiteren Details alle Informationen sehen erneut die Schätzung die Gesamtbetrag die Gebühren dem es entging alle Details und dort ja also das ist so ziemlich alles also wäre das hier zum Beispiel für eine Ausgabe unterhalb unserer Schwellenwert aber was wäre wenn wir jetzt über unseren Schwellenwert ausgeben möchten offensichtlich haben wir das noch nicht der Geldbetrag liegt derzeit in unserem Portemonnaie aber wir können unsere Schwelle hier senken um zu sehen wie das aussieht also schauen wir uns das mal an was nötig ist um ihre tägliche Ausgabenschwelle hier was auch immer Zeitrahmen auch ist zu senken und dann werden wir es tun versuchen wir es kurz über diesen Schwellenwert zu senden also das können Sie alle selber einstellen ich wollte ja auch etwas in den Kontostand etwas klären sodass einige von Ihnen vielleicht bemerkt haben dass dort etwa knapp 700 waren Sie haben 20 Dollar gesendet aber jetzt ist der Betrag erheblich gesunken was ist da passiert nun es hat eigentlich mit der unbestätigten Änderung zu tun wenn Sie sich also mit der UXO-Verwaltung auskennen wissen Sie dass sich Bitcoin in Ihrer Bieftasche so befindet als wären Sie im Grunde genommen Bitcoin-Stücke oder Teile ähnlich wie in einem normalen Wallet wenn Sie hier Bargeld erhalten wenn Sie einen 20er-Schein oder 10er-Schein oder 5er-Schein erhalten sind es getrennte Beträge die in Ihrer Brieftasche verbleiben bis Sie sie ausgeben und dann halten Sie das Wechselgeld von dieser Transaktion zurück das gleiche geschieht in einer Bitcoin-Geldbörse etwas anders ich werde nicht auf die Details eingehen aber trotzdem wurde bei dieser Transaktion eine große Rechnung verwendet sodass wir tatsächlich sehen können was wir gut sehen können wenn ich auf die Transaktion hier tippe und auf weitere Details AG so hier sehe ich alle Informationen mir kommt Wechselgeld an etwa 440 Dollar zurück aber in Nunchuck wird das angezeigt sobald es in der Blockchain bestätigt ist sodass Sie in der Transaktion tatsächlich sehen können was vor sich geht ok ja ich bekomme Wechselgeld zurück und es ist eine Transaktion aber das ist die Diskrebranz und sobald es eine einzige Bestätigung gibt auf der Blockchain wird sie angezeigt und tatsächlich haben wir eine Bestätigung erhalten und sehen nun der Saldo beträgt 671 ok wenn Sie sich hier also über die ausgeglichenen Diskrebranz und Wundern klicken Sie auf die letzte Transaktion die Sie durchgeführt haben und seien Sie sich dessen bewusst was da quasi wieder gespiegelt wird wie kann man diese Schwellenwerte Transaktionen jetzt ändern also ändern wir unseren Schwellenwert für die täglichen Ausgaben wir gehen zur Ansicht der Wallet Konfiguration und dann zu den Plattform Key Review also Richtlinien dadurch werden sie zur Eingabe Passwort aufgefordert behandelt sich um ein Nunchuck Passwort das Sie zuvor eingerichtet haben als Sie Ihr Konto erstellt haben auf dieser Seite haben Sie Richtlinien für die Mitunterzeichnung und Plattform Schlüssel Sie haben Ausgaben Limit mit Unterzeichnungsverzögerung und so sind wir wir werden es hier bearbeiten und Betrag auf 100 US-Dollar senken damit wir hier mehr ausgeben können vielleicht senken wir ihn tatsächlich auf 50 US-Dollar pro Tag 50 US-Dollar pro Tag ok oder Euro wie auch immer sagen Ausgabenlimit aktualisieren und dann klicken wir auf weiter um die Änderungen zu speichern wir werden die automatische Übertragung nicht ändern wir werden einfach fortfahren so und dann wird Ihnen eine Ihre Sicherheitsfrage gestellt um diese Änderungen jetzt zu aktualisieren das unterscheidet sich jetzt von dem was Sie jetzt tun würden wenn Sie das Ausgabenlimit erhöhen würden wenn Sie es also senken beantworten Sie einfach eine Sicherheitsfrage wenn Sie es erhöhen müssen Sie tatsächlich eine Scheintransaktion mit Ihren Schlüsseln unterzeichnen stellen Sie sicher dass es nicht jemand ist der nur versucht ihr Limit zu erhöhen ohne dass es mehr als eine Sicherheitsfrage bedarf ich beantworte diese Frage und wir springen zum nächsten Bildschirm so damit wird mir angezeigt dass die Richtlinien hier aktualisiert wurden das können wir jetzt sehen die spiegelt sich hier wieder wenn ich zurückspringe ist alles wie gewohnt und jetzt können wir unsere Test Transaktionen über unseren Schwellenwert von 50 durchführen so wie senden wir es mit was heißt das TWO Keys ich glaube das werde ich gleich erklären das habe ich jetzt nicht ganz parat aber das werden wir gleich so wir haben hier also beide Schlüssel zum Unterschreiben bereit wenn wir sie brauchen wir haben also die Callcard und die Jade so lass uns einen Blick darauf werfen wir werden noch einmal auf senden klicken ich habe eine Adresse auf dem Bildschirm die ich hier scannen kann also drücke ich einfach auf die Schaltfläche scannen so Adresse nachdem ich den Betrag eingegeben habe oder sie können auf alles senden klicken was auch immer sie tun können aber ja sie können von hier aus alles direkt scannen also so jetzt scanne ich das Ganze so gehe auf wechseln wir bei ausländischen wie also switch to BTC wie viel werden wir hier senden also auf US-Dollar und dann werde ich das tun so ich schicke das jetzt auf 100 also ich mache 100 Dollar mache weiter ok hier geht es wieder los ja wir sagen einfach Test Transaktionen stellen so ok also heißt es jetzt dass die Unterschriften jetzt ausstehen die wir jetzt brauchen dann steht unter Plattform Schlüssel dass das Target Limit 50 US soll erreicht das bedeutet dass diese Schlüssel nicht für mich signieren wird ich mögliche zwei diese Optionen also könnte zur Not auch der Tab verwendet werden aber auch hier wird nicht empfohlen diesen getrennt weil eben getrennt aufzubewahren ist sich auf die beiden anderen Schlüssel hier aufzuweich zu verlassen also ich werde die Coldcard und die Jade hier verwenden also machen wir zunächst eine Coldcard dann drücken wir auf signieren so fertig zum scannen auch hier nutzen wir einfach die Option bereit zum unterschreiben und wenn sie nach unten scrollen erscheint auch hier ein Dialog für in dem sie aufgeführt haben die 3 zu drücken um die NFC zu tun das machen wir also auch wodurch unser NFC Bildschirm angezeigt wird auf den wir dann einfach tippen können so das halte ich hier an an der Coldcard ich bin bereit die Signatur zu importieren jetzt warten wir darauf dass die Coldcard die Transaktion liest auf der steht ob der send in Ordnung ist es gibt uns an wie viel wir hier senden wohin wir senden alle Informationen wir können nach unten scrollen das alles die Informationen so wir setzen hier ein so ein Check Mark also Heckchen ja sie bereit ist dadurch wird die Signatur an unsere Nunchuck Brieftasche gesendet ich halte das Handy hier am Coldcard an so scannt jetzt steht übrigens unterschrieben wenn sie den Kontakt mit der Coldcard und es passiert bei dem sie eine Fehlermeldung erhalten drückt sie einfach erneut auf signieren tippen sie dann ein zweites Mal erhalten sie es dort bis alle Daten offiziell übertragen wurden so sollte Problem funktionieren so dass die Coldcard fertig ist und erfolgreich signiert wurde über NFC verwenden wir jetzt unseren zweiten Hardware Schlüssel den Jade wir drücken das Zeichen um die Transaktion auf Jade zu exportieren dadurch wird dieser QR-Code jetzt auf dem Jade selbst angezeigt den wir jetzt über Jade scannen wir werden was sich unserem Telefon hier befindet es zeigt uns wohin wir senden wie viel wir und wie hoch unsere Gebühr ist wir genehmigen es so wir genehmigen die Transaktion und die fertige Transaktion so und hier steht in Nunchuck die wir importieren unterschreiben sie und scannen was wir auf dem Jade jetzt befindet so das wird nochmal gescannt mit dem Nunchuck Wall an diesem Punkt bereiten wir tatsächlich die beiden Signaturen vor und anstatt sie automatisch zu senden wie sie es unterhalb unserer Schwellenwert der Fall war werden uns alle unsere Details nochmal angezeigt unsere beiden Signaturen werden angezeigt und es wird angezeigt dass sie zur Ausstrahlung also zum also zum senden bereit ist es verfügt alle also über alle benötigten Signaturen wurde aber noch nicht an das Netzwerk gesendet wir sehen dass die Mitgliedschüssel hier genügend Signaturen gesammelt haben und unten gibt es dann eine Schallfläche zum senden und Transaktionen die wir jetzt drücken und schon geht es los jetzt sehen wir also dass der Kontostand hier erneut aktualisiert wird wir sehen hier die Diskerpanz in Bezug auf den Kontostand aber wenn wir hier auf die Transaktion selbst und weiter detail eingehen können wir hier die zugewiesene Änderungsadresse sehen und das sollte sich in Kürze bestätigen vor allem wir eine Bestätigung auf der Blockchain haben und dann genau widerspiegelt sich das alles so wie beanspruche ich jetzt die Erbschaft oder Nachlass also eine Art Prozess für ihre Liebsten oder für ihre Erben so jetzt wird es ziemlich heiß und ich bin durstig jetzt auch aber da muss ich jetzt durch weil es ein Livestream ist diese also die E-Mail die sie automatisch an den Begünstigten senden können damit diese sieht dass ein Bitcoin Erbplan aktiviert oder ein Erbschaftsplan wurde zum folgenden Zeitpunkt am Mittwoch dem 25. Jeden 2023 aktiviert wenn sie Begünstigte sind befolgen sie bitte die Anweisungen zur Antragstellung klicken sie dann auf die Schaltfläche und sie werden durch die zu verschiedenen Schritten geführt sie müssen in Passphrase was auch immer ihre Wörter Backup Passwörter bereithalten dies kann beim Begünstigten erfolgen oder zwischen ihnen verteilt werden aber auch ein Treuhänder aber sie haben es so eingerichtet wie wir es besprochen haben sodass sie die beiden Dinge verfügen die sie zum herunterladen benötigen der Anstrecker sollte sich für ein eigenes Konto anmelden getrennt von den Eigentümern okay also wir müssen ein anderes Konto erstellen das kann variieren es könnte um eine Schein E-Mail Adresse handeln sie können sie muss sie in keine Weise identifizieren darum geht es da gibt es kein beschissenes verdammtes KYC das heißt ihre ganzen Daten ihre Personalien ihr Foto was weiß ich was ihre Adresse wird da nicht exponiert weder an den kriminellen Staat an die Regierung an den Vaterstaaten sondern auch nicht an den Kriminellen dies kann anonym erfolgen wenn sie es für richtig halten dann melden sie sich auf dem Mobiltelefon im Kontostand an anderen stellen es navigieren sie in der App zur Registerkarte Dienste und tippen sie auf Anspruch und Vererbung befolgen sie die Anweisung gelten machen wenn das ursprüngliche Abonnement mehr als drei Jahre abgelaufen ist es fehlt eine Wartungsgebühr von 0,1% des Wallet Guthabens an also ich finde das ist es auf jeden Fall wert also so eine Dienstleistung also wenn da quasi alle Stricke reißen so wenn also bevor überhaupt alles dann verloren geht gut wenn die Person also ein Abonnement abgeschlossen und ein Konto erstellt hat und sie hatten im Grunde genommen ein paar Jahre lang nicht mehr damit Schritt gehalten oder es war etwas passiert bei dem sie einfach nicht bezahlt und niemandem gesagt haben dass es eine kleine Gebühr sein wird und ich sage das ist ziemlich vernünftig wenn die Person das nicht getan hat ich habe mit dem Erbschutzplan nicht Schritt gehalten sodass sie immer noch Zugriff auf die fraglichen Gelder haben also machen wir hier weiter und machen diese Schritte weiter also lass uns hier eintauchen okay ich bin hier auf einem anderen alten Telefon ich navigieren und sie werden zuerst aufgefordert sich anzumelden ich habe das umgangen wie ich es tun könnte aber wenn sie zu diesen Diensten navigieren und dort Anspruch und Erbschaft sehen und wenn sie darauf tippen gelangen sie zurück zum Anmeldebildschirm wir melden uns also hier mit einer E-Mail-Adresse an und beanspruchen dann tatsächlich unsere Erbe oder unser Erbschaft sobald sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben auf dem nächsten Bildschirm wird ihnen ein temporäres Passwort zugesandt oder sie eingeben können und dann ein neues Passwort ersetzen das sie bestätigen und dann beim Ändern des Passworts Ändern klicken anschließend werden sie aufgehört sich anzumelden und sie werden zurückgeleitet auf dem Hauptbildschirm hier können sie dann zu den Diensten gehen und die Erbschaft beanspruchen sie werden also sehen dass sie bitte die Zauberphrase oder die Passwörter wie auch immer die Phrasen und das Backup Passwort eingeben müssen so dass meine Zauberphrase aus drei Wörtern bestand hier sie waren Blade Familie und also nett also werde ich es tun geben sie also diese ein sie können hier sehen dass sie beim Tippen automatisch ausgefüllt werden wie gewohnt ja so so nun war das Backup Passwort die Zifferfolge auf der Rückseite des Tab Signers Karte und denken sie daran dass diese zum Entschlüsseln des Schlüssels verwendet wird der auf dem Server gespeichert ist was nutzlos ist also Nunchuck bis diese Entschlüsselung quasi erfolgt anschließend können sie die betreffende Datei beanspruchen und die Hälfte der Transaktion signieren ich gebe also dieses Backup Passwort hier ein und sobald ich das getan habe drücke ich weiter unten ok an dieser Stelle wird jetzt angezeigt dass ihr Erbschaft nachlasst so viel Bitcoin beträgt und es gibt mir einen Betrag und sagt herzlichen Glückwunsch sie haben ihr Erbe freigeschaltet sie haben unten eine Nachricht und das war die Nachricht die wir hier ursprünglich eingerichtet haben viel Spaß damit und dann hatten wir die Möglichkeit dass das Guthaben hier abzuheben oder zu beanspruchen also werden wir versuchen dass es jetzt heißt wir können jetzt an eine Adresse das hier senden die wir selber kontrahen wir können jetzt also ein Nunchuck Wallet abheben dass sie noch kein Wallet haben ich werde hier ein einzelnes Signatur Wallet erstellen das sie in Ordnung hier bringen ich klicke auf weiter es gibt ihnen eine neue Startphrase und es heißt nehmen sie sich einen Moment Zeit und schreiben sie Startphrase auf es ist die Sicherung für ihren Schlüssel also mache ich das hier ja ich schreibe das auf klicke nach dem so nach dem Aufschreiben auf weiter Start ja Phrase wird bestätigt indem ihnen ein paar Wörter angezeigt werden sie tippen auf die entsprechende richtige Antwort das ist nur ein Test und machen weiter so dann werden sie gefragt ob sie die Passphrase festlegen mögen eine Passphrase erfügt ihrem Schlüssel eine weitere Sicherheitsebene hinzu sie müssen die Passphrase jedes Mal eingeben wenn sie mit dem Schlüssel signieren sie können sich das als 25. Wort ihrer Startphrase quasi vorstellen ja die Passphrase ist jetzt optional ich werde keines eingeben dafür wäre Sache des Begünstigten ob er dies tun möchte ich brauche das nicht so alles klar dadurch wird hier eine Wallet Konfiguration Satellite gespeichert Nunchuck macht das jetzt immer weil ihre eigenen Multisig so erstellen können und exportieren können andere Wallet Software wenn du es für notwendig hältst so ich mache das später dann und dann sagen wir in welcher Wallet wir die Wallet rüber quasi sweepen möchten oder fegen möchten die wir hier auswählen oder transferieren möchten das was wir gerade erstellt haben ist das einzige was wir klicken werden weiter sozusagen transferieren ja so das Sweeping ist jetzt in progress es wird jetzt transferiert herzlichen Glückwunsch ihr Erbe wurde beansprucht es ist in Ordnung und es wartet nun auf Bestätigungen auf der Blockchain wir können es sogar in einem Block Explorer am besten mit einem eigenen Not verbunden das ganze vielleicht Privatsphäre bitte beachten ja Mainpool vielleicht am besten mit dem eigenen ja also immer paranoid sein bitte wenn wir sehen möchten die Blockchain und das wird sie mit jedem Browser eröffnen den sie für richtig halten so hier gehe ich nochmal zurück so hier da steht Pending das heißt es ist noch Anhänge also das ist noch in Prozess noch es wird noch prozessiert die Bestätigung so bin ich wirklich jetzt sehr durstig und sehr Herz Herzklopfen Gott die die begünstigte gewollte die sie hätte die es direkt an eine Adresse schicken können die zu einer Art also Art Kühl wie Art Kühllager gehört ich weiß ob das richtig übersetzt Cold Wallet meint er wahrscheinlich über das sie bereits die Kontrolle haben ich denke es wäre jetzt ideal wenn sie jemanden als Begünstigten hier einrichten würden sie verbringen vielleicht die Zeit damit ihnen beizubringen wie man Wallets und alles verwaltet und so weiter wie sie dann bei diesem Schritt angelangt sind haben sie dann Möglichkeit an jeder Wallet zu senden die sie richtig erhalten sie müssen sich nicht im Nunchuck Ökosystem befinden wenn sie sich nicht dafür entscheiden ich will nicht so bleibt am Ende diese Wahl ihre Wahl aber trotzdem haben wir hier unsere Erbschaft erfolgreich in unserer eigenen Obhut unter einer Kontrolle in einer völlig separaten Brieftasche beansprucht und rüber transferiert und das hätte auch mit einer Dummy E-Mail geschehen können die wir jetzt nicht gemacht haben alles zu sehen so was mich hier identifiziert und das gleiche gilt hier auch für die Person selbst die Erbschaftsplan überhaupt aufgesetzt hat und das alles ohne wirklich irgendetwas zu identifizieren so und indem ich hier einfach zur Original Wallet zur Brieftasche zurückspringe wenn wir hier im Namen also den Erbschaftsplan den Namen dessen der Person den Erbschaftsplan erstellt hat an meinem Telefon hier also können wir auch sehen dass die Transaktion aus dieser Brieftasche gesendet wurde und wenn wir darauf tippen erhalten wir hier alle Informationen die Details alle Details alle Informationen wissen so wohin es gehen wo die Gebühr etc. wir haben alle diese Daten hier und wir können sehen dass unser Erbe hier jetzt erneut beansprucht wurde so wie kann man den Erbschaftsplan jetzt ändern noch so Abschluss so was ist wenn sie hier Erbschaftsplan in irgendeiner Weise ändern möchten wie können all das wie können sie das ändern eigentlich unten hier unter Dienste nachdem es hier zum ersten Mal eingegreicht wurde werden sie alle Optionen unten sehen sodass sie hier eine Notfallsperre erhalten die den Schlüssel der auf dem Nunchuck Service so sperrt dass dies nicht möglich ist wie die Erstellung des Kontoschlüssels hier verwendet können sie dort den Vererbungsplan anzeigen und hier Änderungen vornehmen sodass sie aufgefordert werden zuerst ein Nunchuck Passwort einzugeben also das sie festgelegt hatten anschließend werden sie aufgefordert ihren Plan auf diesem Bildschirm zu überprüfen in jedem kleinen Teil gibt es Bearbeitung Schaltflächen mit denen sie das Aktivierungsdatum ändern können es werden die Zauberphrase die Passwörter und das Backup Passwort angezeigt alles was sie ändern können zum Beispiel wie sie das tun und welche Schritte in der Reihenfolge empfohlen werden also haben wir es hier direkt oder sie können es dort ändern wie sie ihre Geheimnisse teilen sie können auch die Nachricht und die E-Mail Adresse ändern die an die Benachrichtigungen gesendet werden all diese Dinge können sie unter Dienste also Services und so wie oben rechts festlegen sie können auch abbrechen dieser spezielle Erbschaftsplan wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt für richtig halten wenn sie es hier zurückkehren ist die Schaltfläche Vererbung beanspruchen dort sind die Mitunterzeichnungsrichtlinien die wir zuvor gesehen haben wie sie erschwellen wird und alles was sie über neue Hardware bestellen können Website sie können die Swapper darf in ein neues unterstütztes Wallet übertragen über Abonnement verwalten das auch zur Website weiterleitet all das ist also einfach auf der Registercard Dienste unten verfügbar so was gibt es andere Eigenschaften oder Funktionen Funktionalität von Nunchuck ja das ist ein ziemlicher Marathon Tutorial es geht über eine Stunde 40 Minuten fast okay und ich bin schon fast verdurst und kriege fast einen Herzinfarkt okay aber was soll's ich schaffe einen Mehrwert ich erfülle meine Mission so das wunderbare Nunchuck ist ja wir haben hier ein Unterstützer Setup das wir durchgeführt haben wir haben wie sie wissen all diese Schlüssel und alles importiert und so haben wir eine Mehrfach Signatur aber ich habe schon zuvor Videos auf Nunchuck gemacht und sie haben immer noch Zugriff auf alles dass diese Wallet auch außerhalb dieses Unterstützer Setups funktionieren kann damit meine ich also dass sie die Hot Wallets haben können also das sind die nicht ganz sicheren sie können Single Signatur Hardware Geräte haben die Single Signature Wallets haben Single Signature Wallets also ganz einfache ich kann alles hier über die gleiche Schnittstelle verwalten wenn ich also beispielsweise eine neue Brieftasche erstelle und meine Codecard als Einzelunterzeichner haben möchte kann ich das tun damit ich zu dem von mir angeklickten Brieftasche und dann auf neue Brieftasche erstellen es ist also klicke es ist ein Name wie wir ihn vorher erst einfach jetzt CC nennen Codecard fahren sie nun mal fort nun welchen Schlüssel möchte ich möchten sie hier verwenden wir haben hier Schlüssel die gut verwendet werden ich werde die Codecard verwenden eine so also ja hier steht speichern sie zur Sicherheit BSMS Datei hier nochmal ab mit Einzel Codecard mit Einzelsignatur ist jetzt ebenfalls verfügbar und funktioniert wie eine normale Wallet sie können jetzt Bitcoin darauf empfangen und von dort aus senden sie benötigen lediglich eine einzige Signatur von Codecard keine Einschränkungen keine Schwellenwerte nichts also es funktioniert einfach als normale Codecard Schnittstelle würde das gleiche auch für die Erstellung einer Hot Wallet gelten wir müssen natürlich einen Schlüssel erstellen damit wir einen Software Schlüssel hier hinzufügen können erstellen sie einen neuen Seed also eine neue Seed Phrase wir halten diesen und schreiben ihn sorgfältig hier auf es wird uns bestätigt wenn wir weitermachen wir werden auf weiterklicken wir werden die Fragen beantworten Sicherheits Fragen auf weiterklicken und geben sie meinen Namen so nennen wir es einfach ja keine Ahnung irgendetwas und möchten dann eine Passphrase nun wir haben einen neuen Schlüssel den wir auf fertig drücken und dann stellen wir eine neue Brieftasche mit diesem Schlüssel wir haben einen Hotkey einen heißen Schlüssel quasi so wir stellen eine neue Brieftasche wir nennen die Brieftasche Hot fahren sie mit der Schlüssel fort die wir hier erneut verwenden möchten könnte tatsächlich ein Multisignatur sein machen wir es zu einem Multisig wir haben wir bereits eine einzelne Signatur Coldcard und wir machen es zu einem Multisig mit unserem Hot Wallet unserer Hardware die Jade und der Coldcard auf der wir auf weiter klicken ok wie viele Schlüssel werden von den drei Schlüssel benötigt die wir ausgewählt haben so ja alles zusammenzufassen hier wird alles zusammenfasst klicken sie auf weiter und dann könnten sie ihre Wallet Konfiguration speichern was wichtig ist um sie mit mehreren Signaturen durchzuführen dann gehen wir wieder zu den Schritten über hey sie registrieren die Multisig auf ihren Geräten die wir dann scannen QR-Codes und alles was wir mit dem Original Setup gemacht haben ich werde das einmal später nochmal machen aber ich klicke auf fertig und hey wir haben jetzt da ist mein Multisig einen schlechten Ruf dafür aber sie verstehen worum es geht sie können die Schlüssel her stellen sie können Schlüssel von den Geräten importieren sie können Hot und Cold Wallets und Multisig Wallets zusammenfassen mit ihrer Unterstützung Multisig herstellen sowie ihre Schnittstelle für praktisch alles was sie brauchen alles an einem Ort und das auch noch schön können sie mit dem Vererbungsplan Setup Vererbungsplan Setup unterstützen den wir zu Beginn verwendet haben wenn sie also neugierig auf eine dieser anderen Funktionen sind dann schauen sie sich das noch mal mein altes Nunchuck Video an das ich in den Shownotizen unten verlinkt habe verlinken werde denn wiederum ist diese Wallet Schnittstelle in Kombination mit dem was wir gesehen haben ein ein Biest also ein Bestie ein Bestie ein super Ding einfach das muss ich hier sagen sagt er wie diese Sessions so jetzt noch einige Tipps noch zum Abschluss so also ich möchte hier einen Moment Zeit nehmen und darlegen was ich was ich davon hier halte von Nunchuck meine persönlichen Empfehlungen aussprechen und das kann je nach den Gedanken andere Leute variieren aber wir wie gehen sie an dieses Setup heran und wie sie wissen und wo ihre Schlüssel aufbewahren möchten und wie einige was sie nicht tun sollten und so weiter so okay in diese Situation hätten sie also drei Schlüssel so richtig sie hätten ihren Tab Signer den Vererbung Schlüssel und dann hätten sie zwei andere Geräte Hardware Geräte da gibt es eine Menge Redundanz da diese Geräte auch Backups hätten richtig sie hätten eine Art schriftliches Backup für ihre Coldcard und ihr Jade Hardware Wallet oder sie wissen dass sie vielleicht sogar auch die Sicherungsdatei ihres Tab Signers haben auch außerhalb des Multisignatur Quorum ich meine also ob sie nicht einmal von Nunchuck gehalten werden also könnten sie diese Datei auch haben wenn sie zum ersten Mal diese verwenden richten sie es auch so ein dass sie aufgrund der Mehrfachsignatur eine Menge Redundanz also vorhanden ist ich würde sagen dass es keine große Sache ist das Gerät und und an den Backup sieht zusammen am selben Ort zu haben also es ist nicht ratsam das alles an einem Ort zu verwahren also Eigenverantwortung ist nochmal groß geschrieben aber sie müssen das Redundanz erhalten vor allem wenn es Multisignatur bei dem Erbschaftsplan nach das Land geht darum geht es ja dass es nicht einfach ist sie zu erpressen unter Druck zu sonst irgendwas oder in irgendeine Weise sie in eine Situation zu bringen so Vorbehalt ich möchte es hier anbringen also wenn es aus Metall wäre wäre das Ideal für die Seed Phrase für diese Wörter und so weiter also gibt es so etwas wie Seed Phrase Platten also die Feuerfest in Wasser also auch Wasser Waterproof Wasser Abweisen was weiß ich was also alles super da gibt es eigene Produkt von Krypto was weiß ich Tag und so weiter also würde ich empfehlen so es gibt viele verschiedene Lösungen wie man die Seed Phrase oder die Wörter hier lagert und verwahrt und sichert und man kann es in Metall packen damit es im Brandfall nicht brennt an einem Ort an dem das Gerät und die Seed Phrasen wiederhergestellt werden während sie anhand der Metallsicherung tatsächlich entschlüsseln können wie es war so es ist also nicht schlecht die Seed Phrasen also die Wörter und das Gerät zusammen an einem Ort zu haben und auch angesichts der Tatsache es sich um einen Teil einer Multisignatur handelt mit nur diesem einzelnen Gerät oder diesem einzelnen Schlüssel gibt es keinen Hinweis darauf dass es überhaupt Teil einer Mehrfachsignatur ist so dass jemand nicht einmal entschlüsseln könnte dass ich es daran lege das ist nicht aufgrund Puzzleteile es liegt ihm nicht genug Puzzleteile zur Verfügung oder steht ihm nicht zur Verfügung also die Schlüssel selbst in eine Mehrfachsignatur sie möchten also sie geografisch verteilen also das heißt sie möchten nicht dass zwei diese Schlüssel an einem Ort wie bei ihnen zu Hause liegt wie bei einem 5 Dollar Schraubenschlüssel Angriff jemand in ihr Haus einbricht und sagt gib mir alles ganzes Bitcoin sie wissen schauen sie sie zwingen mich zwingen sie ihr Telefon herauszuholen sie sehen sich ihr App gut haben und all diese Dinge an und dann haben sie beide Schlüssel alle Gelder über ihren Schwellenwert hinaus an den gleichen Ort zu verschieben tun sie das also nicht also dann haben sie zumindest eine plausible Verleugnung dann können sie sagen hier da haben sie halt ein kleines Mobile Wallet irgendwas und sagen okay da ist ein bisschen Salz drauf ein bisschen Bitcoin drauf da nimm es und verschwind jetzt einfach nimm es und gib einen Ruhn sonst ist es unmöglich gut es geht um Zeit weil der Kriminelle oder der Staat oder der Kriminelle hat einfach nicht die Zeit oder nicht die Mittel dann auch ja es geht um ja gut also es geht also darum wenn sie einen RR-Schlüssel leicht zugänglich haben wollen ist das in Ordnung ja also ja und es liegt unter ihrem Schwellenwert den sie ausgeben können solange sie diesen Schwellenwert festigen also denken sie einfach daran ich würde auf jeden Fall sagt BTC Sessions alle drei Schlüssel ihren Tab Signer und was auch immer die anderen beiden Geräte sind geografisch zu verteilen also sei es dass sie sich in einem Safe bei ihnen zu Hause zum Beispiel befinden oder Familienmitglied oder für einen von ihnen vielleicht an einem Tresor oder irgendwo weit weg irgendwo tief unter der Erde begraben ja Bankschließbach oder was auch immer ja so in einem ich weiß nicht in einer Art Dose zu Hause vergraben und so weiter wo immer auch du dich dafür entscheidest ob es nun irgendeinem Haus unter den Familienmitgliedern oder Schließbrecher etc. unter der Erde oder was auch immer ja oder irgendwo im Berg oben ja so hol dir einfach diese Schlüssel nicht an einem Ort jeder Schlüssel befindet sich an einem anderen Ort und sie sollten gut verwahrt sein so das andere was ich sagen möchte ist dass es während der Ersteinrichtung eine Datei gibt eine Sicherungsdatei der gesamten Multisignatur die als BSMS Datei bezeichnet wird es wurde eine Benachrichtigung angezeigt hey sie können jetzt sichern diese BSMS ich würde es empfehlen es zu sichern und die Datei irgendwo aufzubewahren ganz sicher aufzubewahren ja und wenn nun etwas mit Nunchuck passiert oder passieren sollte aus irgendeinem Grund ja Garantie gibt es für nichts ja auch nicht vor einem Mikronova oder Corona Message Actions oder Solar Shot oder Magnetic Pole Shift oder das Magnetische Feld bla 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 oder ein neues Reset der normalen Zivilisation das sind meine Kommentare so funktioniert die App schon nicht weiterhin auf dem Telefon sodass etwas passiert können sie die App immer noch verwenden und ihr Geld mit den Schlüsseln verschieben die sie haben wenn sie jedoch möchten können sie diese BSMS Datei in andere Schnittstellen importieren um sie in eine andere Wallet oder eine andere Wallet Schnittstelle importieren die Multisig auch unterstützt und dann haben sie vollen Zugriff auf ihre Gelder das heißt sie brauchen jetzt nicht Nunchuck das will dann BTC Sessions damit sagen der Ben möchte damit sagen sie braucht also selbst wenn Nunchuck verschwinden sollte sich auflösen sollte wie auch immer so haben sie vollen Zugriff auf ihre Gelder sie haben drei der Schlüssel zur Verfügung und benötigen nur zwei und können ihre Gelder dann über eine völlig andere Schnittstelle Interface wie man das immer nennen verschieben denken sie also daran und das auch beanspruchen denken sie also daran dass diese Datei wichtig ist es ist so als ob die Karte wie so ein Map also eine Karte zu ihrem Geld wird wie so eine Art Schatzkarte wenn sie die Karte verlegen und Nunchuck nicht mehr existiert sie wissen dass diese beiden Dinge sie beunruhigen müssen und sie belöschen ihre App also gehen sie die drei Dinge wirklich kaputt sie löschen die App und sie haben die Datei in diesem Albtraum Szenario nicht gesichert und nirgendwo und nirgendwo und irgendwo aufbewahrt sie bräuchten alle vier Schlüssel aus der Mehrfachsignatur um sie neu zu erstellen und sie hätten sie nicht weil Nunchuck weg ist wenn sie also diese zusätzliche Versicherung wünschen laden sie diese Datei herun diese BSMS Datei wenn sie dann dazu aufgefordert werden und bewahren sie sie irgendwo sicher auf ja so brandsicher am besten und Wasser abweisen Wasser sicher also gegen Wasser alle möglichen Szenarien so ich möchte auch sagen dass das einzige was jemand mit dieser BSMS Datei machen kann wenn er darauf stößt wenn er sie findet wenn sie sie irgendwo auf einem Laufwerk gesichert haben oder wenn es im Cloud Speicher war etc. wenn jemand an diese Datei gelangt ist das schlimmste was er oder sie tun kann zu prüfen wie viel Bitcoin in dieser Mehrfachsignatur gespeichert ist schön ok gut ist auch ja irgendwie gut auch natürlich irgendwo natürlich auch irgendwo ein Risiko aber hey sonst kann man nichts machen es handelt sich also um ein Datenschutz Problem aber es handelt sich nicht um ein Problem mit der Sicherheit von Geldern ja also ich denke das ist das ist super das wichtigste und das kurze ist verteilen sie ihre Schlüssel holen sie sich die BMSD-Datei und sichern sie sie bewahren sie sie irgendwo auf sicher wo immer sie auch richtig an denken dass es Privacy zentriert ist also Privatsphären zentriert Datenschutz ja aber es ist kein Problem wenn es jemand mitbekommt halten sie es im Hinblick auf den Verlust von Geldern zurück das andere was ich sagen möchte ist dass sie ihre Geheimnisse an den Begünstigten oder den Treuhänder weitergeben der für die Aufteilung ihres Erbes verantwortlich ist so was ich tun würde ist was ich für das Beste halte ist ein regelmäßiger Check-in bei der Person die über diese Informationen verfügt nehmen wir also an sie machen einen Erbschaftsplan für diesen direkten Begünstigten und und sie hat oder er oder sie hat drei Wörter und den Schlüssel und den Entschlüsselung Schlüssel das Passwort und es vielleicht zu überprüfen um es einfach zu überprüfen einmal im Jahr einmal im Jahr rufen man mich an und sagt haben sie noch das Paket das ich ihnen gegeben habe haben sie diese Informationen noch sagen sie nicht einfach ob sie es haben und und rufen sie einfach an ja 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 sondern ja klar ich habe es mitbekommen nein sie gehen hin und überprüfen physisch den Ort an dem sie sich befinden und stellen sicher dass es noch dort ist diese innere Ruhe zu haben das ist gut und es stellt nur sicher dass alles abgesichtet wenn sie dies wünschen könnten sie mehr als eine einzige Kopie davon haben bitte es liegt ganz bei ihnen aber ich würde sagen nur regelmäßige Check-ins mit der Person um sicherzustellen dass sie immer noch über die Informationen verfügt die relevante Informationen der andere Aspekt davon den ich für wichtig halte ja ist die Länge die Zeit für die sie ihren Erbschaftsplan festlegen weil sie ihnen bei Bedarf vorziehen ist der Grund warum ich das hier sage wenn sie einen Erbschaftsplan haben der wirklich weit in der Zukunft liegt nehmen wir an sie planen in ein oder zwei Jahrzehnte Jahrzehnte oder sowas in der Art also ich gehe mal davon aus in ein paar Jahrzehnten gibt es ist das magnetische Feld der Erde noch nicht so ganz exponentiell erst einmal reduziert was übrigens nachweisbar ist 5% mindestens im Jahr Mass-Ejections etc. also wenn es keine Informationen Kommunikationssysteme gibt dann ist Bitcoin sowieso unsere geringste Sorge weil dann sehen wir dann überhaupt in relativ so gut in das Stein zurück aber bitte das ist ein ganz anderer Kaninchenbau aber ja das ist ja die Fakten dass ihnen etwas Unglückliches passiert es gibt einen Notfall sie wissen dass sie hier sterben und dann weiß ihre Familie nicht wo die anderen beiden Schlüssel sind zu denen sie Zugang haben und sie haben nur die Erbschaftsinformationen die sie gegeben haben was bedeutet dass ihre Familie jetzt ein oder zwei Jahrzehnte darauf warten muss dass das Geld freigeschaltet wird ich denke die beste Lösung besteht hier darin einen Schwellenwert festzulegen ab dem die Erbschaft vielleicht ein bis zwei Jahre in der Zukunft ausgelöst wird und dann legen sie Erinnerungen für sich selbst einen Monat vor diesem Auslösern fest um vor diesem Datum um es weiter hinaus zu schieben also vielleicht zwei Jahre stellen sie es auf zwei Jahre ein und dann einen Monat vorher wissen sie dass das Ablaufdatum sie gehen einfach hinein geht immer noch gut okay sie sind am Leben wenn du noch immer atmest gehst du hinein und verschiebst das Ganze um zwei weitere Jahre zum Beispiel oder was auch immer du musst deine Familie nicht darüber informieren dass du das tust aber dann kannst du weiter dagegen stoßen also immer das hinaus verschieben und wenn dir dann etwas passiert ist es gut vielleicht sind sie es ja also wenn sie es erwarten warten sie vielleicht höchstens zwei Jahre aber das ist nicht so schlimm wie es ein zwei Jahre festzusitzen nachdem etwas Schlimmes passiert ist denken sie also daran dass sie wie gesagt alle diese Informationen in Nunchuk bearbeiten können und das schützt sie irgendwie davor dass ihnen irgendetwas Unglückliches passiert und ja ich denke das ist eine gute Möglichkeit sich abzusichern so und finale Gedanken jetzt von BTC Sessions die ich auch selber vielleicht zusammenfassen kann aber das mache ich noch alles muss ich sagen ich bin ziemlich froh zu sehen was Nunchuk hier aus einer Vielfalt zusammengestellt hat von Aspekten her habe ich Nunchuk wohl bereits geliebt denn es ist einfach das kostenlose Angebot Hot und Cold Keys um Multisignaturen verwalten zu können einfach die Vielseitigkeit dieses Setups aber auch Dinge wie die mögliche in Verbindung zu ihrem Konto herzustellen eigener Konto auf den wir in diesem Video nicht eingegangen sind aber in meinen anderen Nunchuk Videos gibt es eine Menge toller Dinge allein das Kernangebot der Software die sie hier zusammengestellt haben die Nunchuk zusammengestellt hat aber dieser Vererbungsaspekt und dieser Unterstützung Mehrfachsignaturaspekt der diesen Seelenfrieden und etwas an Ort und Stelle hat das ihre Familienmitglieder auslösen und ihnen ermöglichen kann Zugriff und Kontrolle über ihre Bitcoin zu erhalten nachdem sie etwas weitergegeben haben das ihnen dabei hilft und Schritt für Schritt zeigt was sie mit relativ wenig Informationen die sie haben tun müssen es muss nicht viel darauf geachtet werden dass sie hier einen Treuhänder einschalten oder sich einfach direkt an den Begünstigten wenden können die Idee dass sie tatsächlich Unterstützung Chat und so weiter Backups so viele verschiedene Aspekte davon haben Möglichkeit die Dinge nach Belieben zu ändern und das ist die Tatsache das ist das Beste für mich und das ist das Wichtigste was mich hier bisher an den Optionen draußen geärgert hat war das Datenschutzproblem und die Privatsphäre und vor allem ihre eigene wirklich physische Sicherheit denn wenn es ein Daten-Lag Daten-Hack gibt oder Datendiebstahl oder was auch immer und das Gerät und sie wissen sie haben zwei also im Prinzip im Wesentlichen haben sie zwei Feinde also den kriminellen Staat mit den jenseits die Kriminalität darüber hinaus gehen Tatbeständen und also angefangen von Steuern und Geldentwertung als systematischen Diebstahl bis hin zu ja also Exponieren ihre Daten ihre Personalien ihre Adresse und so weiter an Kriminelle so ich meine ich habe gesehen wie eine gegnerische Regierung aussieht und es ist immer also er meint Kanada in dem Fall eine Sorge darüber was wie das hier passiert wenn ein Diamant in der Reihe ist jeder hat seine Bitcoins in der Hand und jemand geht zu diesen Unternehmern und sagt alles klar mal sehen mal sehen wer sich bei ihnen angemeldet hat wir brauchen Namen wir brauchen Beträge Adresse wir brauchen alles was dabei passiert nun na Ersparnisse sind leider aufgebraucht oder weg konfisziert was auch immer gestohlen in diesem Fall ist das nicht der Fall und ich finde es toll großartig das ist meiner Meinung nach das einzige was bei dieser Art von Einrichtung gefehlt hat wissen sie ich möchte dass meine Familie Hilfe bekommt wenn mir etwas passiert ich möchte dass sie es wissen eine helfende Hand und eine gewisse Gewissheit damit sie später in Lage sein werden die Dinge in den Griff zu bekommen aber um welchen Preis was sind die Kompromisse und bis jetzt war es die Privatsphäre nun ja und der Datenschutz nun das ist nicht mehr der Fall und ich denke das ist riesig und aus meiner Erfahrung heraus denke ich dass es völlig machbar ist ich denke dass der Wiederherstellungsprozess oder die Innerspruchnahme der Erbschaften oder des Nachlasses nicht schwierig ist und es per E-Mail ausgelöst wird also ob sie direkt eine Reihe von Anweisungen erhalten würden und ich denke mit der Hilfe von Ihnen und Ihrer Familie die einfach sagen hey so funktioniert Bitcoin Wallet es ist einfach einfach simpel zu zeigen wie es aussieht wenn Sie die 12 oder 24 plus 1 vielleicht noch 25. Wort Passphrase kennen und Ihnen einfach zu zeigen so führen Sie eine Transaktion durch wenn Sie Ihnen diese Grundlagen zeigen und plötzlich wenn Sie tatsächlich damit beginnen eine Erbschaft einzufordern auch ohne diese Hilfe aber mit dieser Hilfe zusammen ist es nicht mehr beängstigend und Panik Auslösung das ist eine große Hilfe und es geht vor allem wirklich um die existenzielle Zukunft Ihrer Familie Ihre Liebsten Ihre Kinder Ihre geliebten Kinder erwähnen Sie also dass Nuncheit weiterhin weitere Funktionen hinzufügt und hinzufügen würde ich denke Sie konzentrieren sich wirklich darauf in einer bestimmten Sache wirklich gut zu sein und das ist großartig zu sehen ich denke das ist eine Art großer Sprung nach vorne und wieder einmal ein Beweis dafür dass die Leute Lösungen finden die immer weniger davon abhängig sind dass sie ihre Daten preisgeben müssen wie das bei den Exchanges Plattformen etc. also wirklich fuck KYC es ist wirklich absolut gefährlich für ihre physische Existenz und ihre physische körperliche Unversehrtheit so und dritten das Kontrollrecht also die Kontrolle darüber dass solche Dinge völlig anvertraut werden ja also kein Lob also nochmal ein Lob an Nunchuck von dem ich meinen Hut ziehen muss Leute ihr wisst ja ich war schon früher ein Fan aber ich freue mich bla 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 das neueste Angebot zu sehen und ich freue mich darauf mehr zu sehen so ja das war es dann schon mein Name ist Kivan Davani ich bin der Host der Davani Show oder der Kivan Davani Connection Show oder kurz der Davani Connection Show oder einfach nur Davani so also noch einmal Privatsphäre Datenschutz Redundanz Sicherheit Paranoid sein ja und vor allem es geht um die existenzielle physische materielle finanzielle monetäre evolutionäre Zukunft ihre Liebsten und ihre Kinder ja denen sie ihr Erbschaft ihr Nachlass vererben Weitervermachung oder was auch immer ja und deshalb deshalb ist es so wichtig ja keine kein KYC fuck KYC ja gehen sie nicht auf Plattformen sie können auch Bitcoin kaufen ohne KYC gehen sie nicht auf Exchanges nehmen sie die paar Prozentchen in Kauf kaufen sie es wenn sie es noch immer können ohne KYC ohne irgendeine Handynummer immer oder sonst irgendwas bei einem Automaten oder kaufen sie Azteko Vouchers die sie dann einlösen sogar über Lightning sie exponieren sie gefährden nur sich selbst ihre Familie und ihre Kinder indem sie alles preisieren sie müssen nicht splitternackt ausziehen sie müssen ihre Daten ihre Personal ihr Foto ihre Rechnungsadresse ihre Wohnadresse ihre was weiß ich was Adresse preisieren das ist es nicht wert sie gefährden sich selbst und ihre Familie so und sie werden vor allem bestohlen von von den von der von jenseits der Kriminalität bestehenden Regierung und von Staat von der systematischen Geldentwertung bis hin zur Hyperinflation Steuern Gebühren von der Wiege bis zur Baare Gebühren Gebühren und Formulare Formulare so also Nunchuck ist wirklich eine ganz tolle Sache befolgen sie das deshalb aus diesem Grund mache ich das damit sie sich auf die visuellen Instruktionen ja ob das jetzt die Hardware Wallet das Mobile Wallet oder ja die verschiedenen Schritte einfach befolgen können folgen sie mir bitte auf Twitter auf X auf Facebook LinkedIn Telegram Nostra folgen abonnieren sie meinen YouTube Channel bitte und wenn sie diese diese Episode dieses Video Tutorial auf Deutsch fast 1 zu 1 vorgelesen synchronisiert wie sie das immer nennen möchten jetzt gefallen hat und einen Mehrwert darin sehen bitte teilen sie das mit ihren Freunden mit ihrer Familie reposten sie das resharen sie das geben sie mir ganz ein Like kommentieren sie das schicken sie mir ein paar Empfehlungen oder Vorschläge für Interviews also ganzheitlich vernetzte Leute Experten Whistleblowers Insiders und so weiter und ja wenn sie wollen schicken sie mir ein paar Sets über Nostra oder über Lightning über Phoenix da kann ich ihnen ein das habe ich eh schon da kann ich das muss ich vielleicht nochmal posten ein wiederverwendbares Spenden QR-Code senden ja mein Name ist Kevan Davani aus Österreich und aus der Steiermark und aus Wien und ursprünglich aus Persien aus ja aus dem Iran wo ich nie mehr wieder mit An-Sicherheitsgrenzen wahrscheinlich zurückkehren werde aber Iran ja macht das auch großartige Fortschritte in Sachen Bitcoin und zirkuläre Ökonomien und Freiheit ja Freiheit und Evolution brauchen wir und zwar überfällig überfällig wir müssen jeder von uns muss einen Schritt tun ja wir brauchen keine 8 Milliarden Menschen noch einmal wir brauchen nur eine kritische Masse von 2, 3, 5% und das Ding wird so eine Beschleunigung annehmen das können Sie sich wahrscheinlich noch gar nicht mal vorstellen das wird in eine S-Kurve gehen ja exponentiell schnell bei Orders of Magnitude wie man so schön sagt so also tschüss und bis zum nächsten Mal und ich hoffe es hat Ihnen gefallen